Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit der VfB Stuttgart! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Herzlich Willkommen zu SDR, mein Name ist Ricky und ich melde mich jetzt vor dem eigentlichen Podcast bei euch und das ist nie ein gutes Zeichen. Wie ihr jetzt hören könnt, hört sich eigentlich mein Mikrofon tiptop an. Dementsprechend überrascht waren Sebastian und ich, als wir uns die Aufnahmedatei von unserem eigentlichen Podcast angehört haben und sich mein Mikrofon überhaupt nicht gut anhörte. Es sind so Knistergeräusche drauf, es überpegelt immer leicht und so richtig wissen wir nicht, an was liegt es. Und letztendlich haben wir uns aber dafür entschieden, diesen Podcast trotzdem zu veröffentlichen. Wir saßen wie gesagt drei Stunden zusammen, haben eine Menge Dinge erzählt und wollten die Aufnahme da nicht einfach so wegschmeißen. Wenn euch natürlich jetzt diese Aufnahmequalität nachvollziehbarerweise nicht so gut gefällt, dann nehmt uns das Ganze nicht rum. Wir versuchen das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, aber für alle, die halbwegs diese zwei Stunden 40 Minuten mit einer etwas schlechteren Mikrofonqualität von mir überstehen können, vielen Dank. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß jetzt mit der Podcast-Folge und wie gesagt, ja, verzeiht uns die Tonprobleme. Bis dann. Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Sebastian, ich konnte auf den sozialen Medienkanälen feststellen, dass du dieses Wochenende gar nicht in Stuttgart dabei warst und den fünften, den fünften Heimsieg in Folge feiern konntest. Wo warst du? Ich habe das Spiel zum Teil jedenfalls live mitbekommen auf Amazon Music. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile echt so Radio- und Amazon Music-Fan und ich habe es gehört, wenn das Netz es zuließ, auf dem Gründen im Allgäu. Ach, du hast also einen Skiausflug gemacht, einen Rodelausflug. Nee, also wir waren im Allgäu und haben den Geburtstag, den runden Geburtstag meiner Frau gefeiert und der Gründen ist von dort nur 15 Minuten entfernt und das ist irgendwie unfassbar teuer, da irgendwie raufzugondeln. Aber am Samstag war vermutlich zu ihren Ehren, da irgendwie tagte offene Tür und die Lifte waren kostenlos und man konnte da hoch und dann sind wir da mit der ganzen Bagage hochgefahren und sind dann da rumgerodelt, also nicht Ski gefahren, sondern Schlitten gefahren. Und ich habe mich dann dezent an die Seite gesetzt und habe versucht, das Spiel so ein bisschen zu verfolgen. Das stelle ich mir irgendwie schön vor, wenn dein Familienvater da neben der Piste oder neben dem Rodelweg sitzt und VfB gegen Aue verfolgen muss, Fragezeichen. Wir waren ja zum Glück relativ viel, ich glaube wir waren Kinder und Erwachsene insgesamt glaube ich 23, da ist es nicht so aufgefallen, wenn da sich einer so ein bisschen abgeseilt hat. Und ich hatte auch noch einen Leidensgenossen, der auch sehr VfB interessiert war und wir zwei haben uns dann da so ein bisschen an die Seite gesetzt und haben nachgehorcht, wie sich der VfB gegen Aue so schlägt. Da sprechen wir gleich drüber. Ich habe aber schon in Erfahrung gebracht, dass du dir leider eine kleine Erkältung eingefangen hast. Dementsprechend können wir heute schon mal sagen, dreieinhalb Stunden schaffen wir nicht, gesundheitsbedingt. Ne, dreieinhalb Stunden, das gibt mein Körper einfach noch nicht wieder her nach der ganzen Feierei, das wird nicht funktionieren. Gut, also dann wollen wir auch keine Zeit verlieren und besprechen die Dinge, die in den letzten sieben Tagen so vorgefallen sind und das waren ja dann trotzdem wieder einige. Zum Beispiel hat der VfB Stuttgart am Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale in Leverkusen gespielt. Fabian Bredlow sagte nach dem Spiel über die letzte Chance von Matteo Klimowicz, ich habe nur gedacht, mach ihn bitte, mach ihn. Aber Sebastian, wir wissen es ja inzwischen, Matteo Klimowicz hat ihn nicht gemacht. Trotzdem fahre ich dich jetzt einfach mal so frei von der Leber weg. Wie hat dir das Spiel gefallen, wie warst du zufrieden mit dem Auftritt vom VfB und war sozusagen am Ende vielleicht sogar besser so, dass man direkt ausgeschieden ist und nicht noch in die Verlängerung musste? Das habe ich mich auch gefragt, also nicht nur, weil ich dann auch ins Bett wollte bzw. noch das Spiel nachbereiten wollte, war ja das frühe Spiel, aber so im Hinblick auf den Liga-Betrieb war dann ein Endstand nach 90 Minuten gar nicht so schlecht. Aber es war ein Pokalauftritt, wie man sich den gewünscht hat. Mutig, mit dem Erstligisten eigentlich auf Augenhöhe und ein bisschen dramatisch, am Ende dann tragisch. Also mir hat es gefallen und da ich eh nicht davon ausgehe, dass sich der VfB Stuttgart über den DFB-Pokal für das europäische Geschäft qualifizieren wird, war es dann auch okay. Also na klar wäre es schön gewesen, auch ins Viertelfinale noch einzuziehen und dann vielleicht zum ersten Mal nachgefühlt irgendwie 23 Jahre mal wieder ein Heimspiel zu bekommen. Aber ja, so wie es jetzt im Endeffekt abgelaufen ist, war ich nicht unzufrieden. Was ja wirklich beachtlich war, war ja in der ersten Halbzeit, wie viele Chancen der VfB eigentlich hatte, auch gute Chancen. Gleich zu Beginn Philipp Förster mit einer sehr guten Chance, die er vielleicht nicht ganz so ideal verwertet hat. Aber auch sonst war der VfB eigentlich ganz gut im Spiel, möchte man sagen. In der zweiten Halbzeit hat man dann schon gemerkt, dass Leverkusen besser ist und auch, sag ich mal, nicht vielleicht unbedingt 100% braucht, um gegen den VfB bestehen zu können. Was ich auf Twitter häufiger gelesen habe, war, Mensch, wenn ich das jetzt gerade so sehe, das Spiel, Stuttgart tut sich eigentlich gar nicht so schwer mit vermeintlichen Favoriten in der Bundesliga. Vielleicht wäre es sogar besser für den VfB, wenn er in der ersten Liga schon spielen würde. Und die zweite Liga, möchte ich sagen, blockiert fast schon die Entwicklung des ein oder anderen jungen Spielers. Würdest du da mitgehen oder konntest du schon feststellen, dass es da noch große Unterschiede zwischen Stuttgart und Leverkusen gab? Ich glaube schon, wenn der VfB jetzt zehnmal in Leverkusen spielt, dann wird es meist vermutlich anders laufen. Das war vielleicht so ein bisschen das Ausnahmespiel, was du dann gewinnen kannst. Aber die Qualität auf Leverkusener Seite halte ich dann doch für größer. Aber klar hat der VfB auch gezeigt, dass er sich jetzt gar nicht so schwer tut, wenn man den Ball nicht so viel hat. Was ja dann wiederum ein bisschen erstaunlich ist nach der Ära Walter, wo halt Ballbesitz die oberste Direktive war. Und jetzt hatte man gegen Leverkusen halt natürlich nicht so viel Ballbesitz und es hat trotzdem gut funktioniert. Und man hat gesehen gegen Leverkusen und auch dann gegen Aue, dass sich der VfB in diesen berühmt-berüchtigten Umschaltmomenten eigentlich auch relativ wohl fühlt und das mittlerweile auch relativ gut spielen kann. Aber jetzt dann gleich den Schluss zu ziehen, dass es halt in der ersten Liga dann besser klappen würde und erfolgreicher klappen würde als in der zweiten Liga, das ist dann ja schon sehr mutig, finde ich. Also ich denke, wir sind in der Liga, in die wir aktuell hingehören und wenn wir die dann meistern, dann gucken wir mal weiter, wie es dann eine Liga höher funktionieren kann. Ja, da stimme ich dir eigentlich komplett zu. Also das Problem oder die Befürchtung, die ich jetzt zum Beispiel hätte, wäre, dass du so Spiele wie zum Beispiel gegen Leverkusen, Frankfurt, Dortmund oder so, nicht gewinnen würdest, vielleicht gut mithältst und auch Chancen hast, aber am Ende mit leeren Händen dastehst. Und wenn du natürlich dann auf Gegner wie Union triffst oder Paderborn, die stellen sich natürlich auch wieder hinten ran und du hast letzten Endes das gleiche Problem wie in der zweiten Liga, nur dass die von mir gerade genannten Mannschaften dann sogar noch ein bisschen mehr Qualität haben als zum Beispiel Aue, Sandhausen oder dergleichen. Also das könnte auch eine sehr unangenehme Saison sein für den VfB, wo wir uns dann hier und da mal Lob abholen, wie toll wir das jetzt auf Schalke gemacht haben, aber am Ende steht man eben mit null Punkten da. Erinnert mich vielleicht so ein bisschen an die Aufstiegssaison unter Hannes Wolf, als wir auswärts irgendwie nie gewinnen konnten und alle immer gesagt haben, Mensch, das ist echt gut, was sie da spielen und hier haben sie ein bisschen Pech und da läuft es nicht so rund. Aber am Ende, ja, fehlen dir halt die Punkte und du kannst dir dann auch von den Lobeshymden der diversen gegnerischen Trainer nichts kaufen. Also ja, ich glaube für die Entwicklung, vor allem der jungen Spieler oder auch für Spieler wie zum Beispiel Philipp Förster oder auch Orel Mangala, der ja eigentlich auch noch zu den jungen Spielern gehört, aber er hat schon relativ viel Erfahrung für sein Alter, ist eigentlich dieser Schritt jetzt nochmal, Zweitliga-Fußball spielen zu müssen, gar nicht so schlecht. Also ich sehe es da eigentlich auch so, dass es in der zweiten Liga momentan genau passt und der VfB kann sich hier ein bisschen austoben in der zweiten Liga und dann hoffentlich in der nächsten Saison auch mal ein Spiel in Leverkusen gewinnt, das wäre toll. Genau, aber wir haben ja auch gesehen, dass dann offensivfrei wie Bela Rabi, Havertz, Diaby und Alario die VfB-Defensive jetzt nicht in Schutt und Asche legt, sondern dass das halt wirklich dann auch ein Duell auf Augenhöhe ist. Wie gesagt, wie oft das so ist, ist eine andere Frage, aber auch unsere Viererkette konnte dann wirklich gegen die vier ganz gut mithalten. Ja, also um das nochmal zu sagen, keine Frage, also ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt, aber man muss sagen, Leverkusen hat ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert. Da haben wir natürlich so, das profitiert haben wir ja eigentlich nicht, aber wir hätten davon profitieren können. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, die erste Chance von Förster, wenn die sitzt, dann läuft das mehr oder weniger so, wie du dir das vorher gemalt hast, die ganze Situation. Dass der VfB praktisch nur noch kontern muss. Da kann man natürlich jetzt auch ein paar Dinge positiv hervorheben, zum Beispiel auch wieder Endo mit einer super guten Spieleröffnung, die er nicht nur in diesem Spiel gezeigt hat, sondern auch schon in den anderen Partien zuvor. Und auch die Davi, der eigentlich einen guten Tag erwischt hat, ein paar gute Spielzüge mit eingeleitet hat. Und ja gut, dass es für den Herrn Förster dann nicht gereicht hat, weiß ich nicht, ich möchte jetzt gar nicht so sehr kritisieren. Ich glaube, das war in dem Moment auch echt schwierig und er war vielleicht auch überrascht von der Chance, die sich ihm bot. Aber er hat eigentlich die falsche Entscheidung getroffen, hätte da mehr aus einer guten Chance machen können. Danach war es so, dass eigentlich Leverkusen, ja, ich würde mal sagen, die dominantere Mannschaft war, bis zur 26. Minute. Dann hat Silas eine richtig, richtig gute Chance gehabt. Ich glaube, Sebastian, da kannst du noch mal was dazu sagen, weil da war es so, dass Silas, oder ich fange einen Moment noch weiter vorne an, aber wie gesagt, wir werden nicht zu detailliert über das Spiel sprechen. Gonzalez setzt sich erstmal hervorragend im Mittelfeld durch gegen Palacios und, ja, Bender und Sinkgrafen heißt der Kollege, glaube ich, ja. Gegen die setzt er sich auch durch, also sprich, ihm gelingt es drei Spieler, drei Leverkusener Spieler auf sich zu ziehen und die dann auch noch, ja, mehr oder weniger auszuspielen und dann schickt er Silas mit einem langen Ball und Silas versucht dann den Abschluss irgendwie selber aufs Tor zu bringen. Und es gelingt ihm auch, er trifft das Glattenkreuz, aber Förster stand, glaube ich, ein bisschen besser, da hätte er abspielen können. Ich glaube, das war auch dein Problem, das du so ein bisschen hattest mit der Situation. Ja, also ich habe grundsätzlich kein Problem, wenn Silas sich dafür entscheidet, selber den Abschluss zu suchen und nicht auf Förster zu spielen. Aber er hat in diesem Konter-Moment hat er ja zwei Anspielstationen, einmal Didavi, aber ich glaube, der steht die ganze Zeit im Abseits, also es ist gut, dass er ihn nicht anspielt und wenn, dann muss er ihn sehr früh anspielen, also quer nach links rüberlegen oder als Silas im 16er ist, kann er halt wirklich an die 16er-Grenze zurücklegen auf Förster, der von da dann ein relativ gutes Schussfeld hat, also er hat mehr Platz als Silas auf jeden Fall. Und er macht es nicht, also ich würde sagen, der Konter ist jetzt nicht optimal ausgespielt, aber ich hatte die Szene dann, glaube ich, auf Instagram gepostet und es haben ganz viele zurückgeschrieben und haben dann geschrieben, naja, er hat gesehen, dass das Förster war und deswegen nicht abgespielt. Und ja gut, dass er nicht abgespielt hat und so. Ja, also ich glaube, er hat nicht gesehen, welcher Mitspieler da mitläuft und vermutlich hat er auch gar nicht gesehen, dass überhaupt ein Mitspieler mitläuft, aber das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser spielen können, aber, also kein Vorwurf, ich habe heute ja auch nach dem Ausspiel jetzt, also Silas tut dem Stuttgarter Spiel halt unglaublich gut mit seinem Tempo und dieser unkonditionellen Spielweise, insofern, ja, sei ihm das nachgesehen, dass er da nicht abgespielt hat. Ja, man muss auch zur ersten Halbzeit sagen, Leverkusen hat in der ersten Halbzeit zwei Abseits-Tore erzielt, klar, die zählen dann nicht, aber das sind ja dann auch Möglichkeiten, die man sich erspielt hat. Hier und da war es mal relativ knapp, einmal nicht so sehr, beim Havertz-Tor war es dann schon sehr knapp, aber sei es drum, ich war zufrieden mit dem 0 zu 0. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Auftritt, auch wenn, ja, mit Eckloff und auch mit Klimowitz und natürlich auch mit Mola drei junge Spieler reinkamen, die das sehr gut gemacht haben, aber der VfB hat so ein bisschen seine Linie verlassen, die in der ersten Halbzeit dazu geführt hat, dass man eben gut mithalten konnte. Also man fragt sich ja dann auch, warum in der zweiten Halbzeit kaum Chancen herausgespielt wurden, also auf beiden Seiten, muss man ja fast schon sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass Leverkusen uns da an die Wand gespielt hat, ganz im Gegenteil, die ersten hatten auch wieder gleich wir mit Gonzalez, der eine richtig gute Chance hatte, gleich zu Beginn. Und dann gibt es halt eben das Eigentor von Bredlow in der 71. und in der 83. dann das 2-0 von Alario, das auch so ein bisschen merkwürdig daherkam, möchte ich mal so sagen. Und es gab noch zwei weitere Abseits-Tore, also insgesamt sogar vier Abseits-Tore in dieser Partie für Leverkusen. Also von daher kann man uns da jetzt, oder sollten wir uns jetzt da nicht so sehr beschweren, dass das dann am Ende nicht gereicht hat. Aber was ich zu sprechen kommen wollte, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit war eigentlich, dass der VfB in der zweiten Halbzeit nicht mehr die langen Bälle an den Mann gebracht hat. Also in der ersten Halbzeit konnte man das gut sehen, dass man so immer wieder gefährliche Konter rausspielen konnte. 66 lange Bälle wurden in der ersten Halbzeit gespielt, davon kamen 30 an. Und in der zweiten Halbzeit waren es nur noch 27 lange Bälle, von denen nur noch neun ankamen. Da haben es die Leverkusener dann etwas besser gemacht, haben unseren Defensivspielern, ob das jetzt im zentralen Mittelfeld war oder aus der Innenverteidigung heraus, immer wieder das Leben etwas schwerer gemacht und eben diese langen Bälle verhindert. Also da hat Leverkusen dann gut darauf reagiert. Das hat uns so ein bisschen, ich möchte mal sagen, die Offensivpower und auch den Überraschungsmoment genommen. Das hat Leverkusen, wie gesagt, ganz gut gemacht. Bei den Dribblings war es auch so, dass man in der ersten Halbzeit sich deutlich mehr zugetraut hat. Da waren es 19 Dribblings, 13 erfolgreich. In der zweiten Halbzeit waren es nur noch fünf erfolgreiche Dribblings bei sieben Versuchen. Also auch da siehst du, dass der VfB nicht mehr ganz so mutig nach vorne agiert hat und auch nicht mehr diese Räume hatte und nicht mehr die Möglichkeiten wie in der ersten Halbzeit. Und was ich dann auch noch interessant fand, waren die insgesamten Zweikämpfe, der Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit hat der VfB 125 Zweikämpfe geführt und 66 davon gewonnen. Und in der zweiten Halbzeit waren es nur noch 63 geführte Zweikämpfe, also die Hälfte. Und man konnte nur noch 31 Zweikämpfe gewinnen. Also das war ja alles das, was Leverkusen dann auch so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Weniger Körperkontakt, weniger Härte im Spiel, dann eben von Leverkusen gut unterbunden, dass wir die langen Bälle nicht mehr so spielen konnten wie in der ersten Halbzeit. Und so hat Leverkusen aus meiner Sicht dann das Spiel am Ende zu Recht für sich entschieden. Vielleicht noch eine letzte Statistik bei den Tackles. Das ist ja auch dann immer so ein Indikator, wie hart geht es zur Sache, wie sehr sucht der Gegner den Zweikampf. Gerade der Unterlegene kann sich hier so ein bisschen hervortun. In der ersten Halbzeit hat der VfB 42 Tackles geführt gegen Leverkusen und 27 gewonnen. In der zweiten Halbzeit waren es nur noch 21 Tackles. Also auch da nur die Hälfte. Man konnte auch nur 14 gewinnen. Also da siehst du schon so ein Stück weit den Unterschied zwischen 1. und 2. Halbzeit. Und am Ende muss ich sagen, geht das Ding schon zu Recht nach Leverkusen. Auch wenn es mich ärgert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, gerade wegen der Chance von Klimowitz dann kurz vor Ende, den man halt dann wirklich auch machen kann. Und ja, klar ist es verdient, der Sieg von Leverkusen. Aber wir waren halt so dicht dran, da mal irgendwie eine Überraschung zu schaffen. Klar, man weiß halt nicht, was für eine Verlängerung passiert im eventuellen Nifmeterschießen oder so. Aber wir waren halt echt dran und hätten es halt schaffen können. Und ja, ein bisschen schade ist es schon. Aber ja, wie schon erwähnt, so gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Aue, was dann weitaus wichtiger war und nur wenige Tage später, war es dann sicherlich auch nicht so schlecht, dann keine Zusatzminuten irgendwie absolvieren zu müssen. Noch eine kurze andere Frage. Wie kam das bei dir an, dass sich die Leverkusener eigentlich überhaupt nicht mehr gefreut haben über erzielte Tore? Das war ja sehr merkwürdig. Echt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, also beim zweiten Tor war es ganz, ganz krass, als Alario einfach nur so dastand und mehr oder weniger das Tor so hingenommen hat, wie man sonst Testspieltore hinnimmt. Also da passiert ja überhaupt nichts. Ja gut, aber wir kennen das ja leider aus eigener Erfahrung. Wenn du halt zu viele Tore erzielt hast, die dann alle zurückgenommen werden, nach Videobeweis oder nicht, oder zurückgenommen werden, dann hält sich dann die Freude auch in Grenzen. Vielleicht ist das die Erklärung. Ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert, weil Peter Boss hat ja im Vorfeld gesagt, das ist für uns der Wettbewerb, in dem es zählt. Also der einzig wichtige Wettbewerb, so hat er es fast schon ausgedrückt. Und ja, dann hätte ich gedacht, dass sich die Spieler etwas mehr freuen, wenn man da in die nächste Runde einzieht. Und man hat ja jetzt auch, ja, aus Leverkusener Sicht, glaube ich, ein ganz okayes Los bekommen zu Hause gegen Union. Da hätte es schlimmer, oder hätte es die Leverkusener schlimmer treffen können. Also ja, die haben ganz gute Chancen, da auch ins Halbfinale einzuziehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Weißt du denn, ob Leverkusen mit einer B-Elf gespielt hat? Also Tazas draußen, Amiri saß draußen, Wendell saß draußen, Bailey, Volland. Die spielen normalerweise, oder? Ja, also es war keine B-Elf. Also eine A-2-Elf. Ja, also alle Wechsel sind nachvollziehbar gewesen. Also man hat Tazas eine Pause geben wollen, also eine kleinere Pause. Deswegen kam der zur zweiten Halbzeit rein. Und bei Sven Bender war es das Gleiche. Deswegen hat er die erste Halbzeit gespielt. Das war die eine Überlegung. Dann war es halt in den letzten Wochen so, dass Volland eigentlich nicht mehr so richtig seine Stärken ins Spiel einbringen konnte. Zuletzt eigentlich auch überhaupt nicht mehr getroffen hat. Ich glaube, wir haben es letzte Woche besprochen. In den letzten zehn Spielen gab es zwei Treffer. Und die hat er beide in einer Partie erzielt. Also in den letzten zehn Spielen neunmal nicht getroffen. Deswegen forderten auch die Fans so ein Stück weit schon Lukas Alario. Also auch der Wechsel war nachvollziehbar. Und der Rest, also Wendell ist jetzt nicht immer gesetzt bei Leverkusen. Ja, also ich würde eher in die Richtung gehen, dass Leverkusen vielleicht mit einer A-2-Mannschaft gespielt hat. Die 1-B-Lösung, okay. Nee, weil ich hatte mich nur gewundert irgendwie, weil den Linksverteidiger namens Sinkgrafen, also den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja, also da muss ich dir recht geben, der war mir jetzt auch nicht geläuft. Gut, das beruhigt mich. Der hat mich auch überrascht. Aber ich verfolge Leverkusen nicht unbedingt so. Nein, das natürlich nicht. Gut, abschließend natürlich noch unsere neue Kategorie. Fünf Spiele, über die wir sprechen müssen. Wir halten es auch diesmal kurz und haben, glaube ich, auch vier, genau, vier Stuttgarter dabei und nur einen Leverkusener. Mit dem fange ich jetzt einfach auch mal an, weil das war für mich einer der Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt. Kerem Demiwai, der 110 Ballkontakte hatte, viele Pässe an den Mann gebracht hat, insgesamt 73 Pässe, davon drei entscheidende, wichtige Pässe, die zu großen Chancen geführt haben. Elf lange Bälle geschlagen hat und acht kamen an und mit seinen Dribblings waren auch immer wieder gefährlich. Also das war für mich im Zentrum der Spieler, der Leverkusens Offensive ja zum einen dirigiert hat und zum anderen natürlich dann auch immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Also ja, ich habe ja so ein bisschen darauf gehofft, dass der vielleicht nicht spielen wird, aber ja, den Gefallen hat mir Peter Boss nicht getan. Ich lege mich jetzt hier fest, wenn der nicht gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch knapper geworden, als es dann am Ende eh schon war. Dann kommen wir kurz noch zu den Stuttgarter Spielern, die mir imponiert haben oder zumindest die auffällig waren. Da fangen wir mal an mit Nico Gonzalez, der aus meiner Sicht eine richtig spektakulär gute Partie gezeigt hat. Natürlich die Vorlage war richtig gut für das Tor von Silas. Dann insgesamt auch wieder hier eine seiner ganz, ganz großen Stärken aus meiner Sicht sind halt einfach die Luftzweikämpfe. Also für einen Spieler, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie groß der eigentlich ist, der jetzt eigentlich nicht so groß ist, behaupte ich jetzt schon mal, ohne es genau zu wissen. Ja, ich schätze ihn mal so auf 1,84, oder? Also ich bin 1,72, ich finde 1,84 schon ziemlich groß, aber du hast natürlich recht, in den Bundesliga-Maßstäben gesprochen, ist das nicht wahnsinnig groß? 1,80. Wikipedia sagt 1,8 Meter. 1,8 Meter? Keine Ahnung, was da die zweite Nachkommastelle dann ist. 1,80. So groß wie Daniel Didavi ist, Nico Gonzalez, und mit dieser Größe gewinnt er halt drei von fünf Luftzweikämpfen. Dazu kommt noch eine richtig gute Zweikampfquote gegen eigentlich gute Leverkusener Verteidiger. Von 16 Zweikämpfen gewinnt er 10. Und jetzt kommen wir aber wirklich zu den für mich beeindruckenden Zahlen. Sieben Dribblings angesetzt, sechs waren davon erfolgreich, dann viele wichtige Pässe gespielt. Also auch da könnte er sich ja vortun. Und für mich war er halt so wirklich der Spieler, der beim VfB jetzt, also wenn ich jetzt mal erstmal den VfB gesehen hätte, wäre das der Spieler, der mir am ehesten hängen geblieben wäre. Der hat aus meiner Sicht ein richtig gutes Spiel abgeliefert gegen Leverkusen. Ja, schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dann Owe Mangala, auch mit einer guten Partie. Bei dem habe ich das Gefühl, dass er so langsam in seine Rolle schlüpft. Also wir haben uns ja in der Hinserie immer wieder gefragt, Mensch, was ist mit dem Mangala los? Also wenn er auf der Sechs spielt, ich glaube gegen Regensburg hat er das mal gemacht, dann war es ganz okay. Gegen Fürth war es dann, glaube ich, nicht so gut. Dann natürlich meistens auf den Halbpositionen wirkte er auch nicht ganz so zufrieden. Und wir haben uns ja schon so ein bisschen geärgert, dass er bei uns offensichtlich nicht diese Stärken, die er eindeutig in Hamburg gezeigt hat, auf den Rasen bringt. Und ich finde jetzt gerade in der Rückrunde merkt man es immer mehr, dass er sich jetzt als zentraler, defensiver Mittelfeldspieler sehr, sehr wohl fühlt. Und das hat er auch in Leverkusen gezeigt. 66 Kontakte, 93 Prozent Passquote. Ist natürlich richtig stark. Zwei lange Bälle geschlagen. Beide kamen an. Seine Dribblings alle erfolgreich durchgezogen. Mit 67 Prozent finde ich eigentlich auch eine solide Zweikampfquote. Und insgesamt nur sieben Ballverluste. Das unterstreicht nochmal die von mir schon oft hervorgehobene Pressingresistenz, die Orel Mangala hat. Und in der Form, wie wir ihn jetzt zuletzt gesehen haben, ist er für mich definitiv schon ein Spieler, der Bundesliga spielen kann. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass der hier das Trikot trägt. Und ich hoffe, dass das natürlich auch noch länger der Fall sein wird. Also Mangala nimmt jetzt endlich die Entwicklung, die ich mir erhofft habe. Also starke Leistung in Leverkusen. Dann nächster Spieler. Und da kommen wir so ein bisschen auf die jungen Spieler so langsam zu sprechen. Und zwar Roberto Massimo. Auch der mit richtig guten Leistungen zuletzt unter Matarazzo. Ich habe ja immer schon davon geschwärmt, wenn der in der Oberliga spielt, merkst du halt, dass das ein komplett hochveranlagter Spieler ist, der für die Oberliga total verschenkt ist. Und ich habe es, glaube ich, mal so ausgedrückt, dass das eigentlich schieten ist, wenn der in der Oberliga spielt. Und endlich bringt er das auch in der Bundesliga oder in der zweiten Liga auf den Rasen. Ich erinnere mich gerade noch an das Spiel, ich glaube, gegen Kiel war es, als Walter ihn mal von Anfang an gebracht hat. Das war etwas enttäuschend, das gebe ich zu. Aber ich war trotzdem optimistisch, dass das noch was wird. Und jetzt sieht man es zum Beispiel in Leverkusen 40 bei Kontakte. Was hier bei Massimo für mich das Entscheidende ist, sind wirklich die Tackles, die er immer wieder ansetzt. Also fünf Tackles. Und das streicht eben das, was man sich so von ihm auch ein bisschen erhofft hat, als man die Idee hatte, man möchte ihn jetzt zum Rechtsverteidiger umerziehen. Da haben ja alle am Anfang gesagt, was, das ist doch eigentlich ein klassischer Rechtsaußen, warum möchte man den jetzt zurückziehen? Nee, der Junge ist einfach im Zweikampf richtig stark. Der hat jeden Luftzweikampf gewonnen. Auch Massimo wirkt jetzt auf mich nicht, als der wirklich Überflieger von der Größe und so. Aber trotzdem 100% gewonnen in Luftzweikämpfe. Am Boden jeden zweiten Zweikampf gewonnen. Klingt jetzt nicht so prall, aber wir hatten auch schon einen Askasiba, der irgendwie nur 20% seiner Zweikämpfe gewinnt. Von daher bin ich damit auch ganz zufrieden. Und was für mich auch wirklich ganz entscheidend ist, was zum Beispiel Stinze als Rechtsverteidiger nicht mit reinbringt, sind die erfolgreichen Dribblings. In dem Fall hat Massimo viermal versucht, den Gegner mit dem Dribbling auszuspielen. Das gelang ihm dreimal und meistens entstanden aus diesen Situationen dann auch Chancen für den VfB. Auf jeden Fall Raumgewinn logischerweise. Und ja, so ein Spieler tut uns gut. Und wenn der das gegen Leverkusen zeigen kann, dann können wir auch davon ausgehen, dass der sich gegen den ein oder anderen Zweitligaspieler zuwehr setzen kann. Also auch hier schade, dass er sich jetzt verletzt hat. Aber die Tendenz zeigt in die richtige Richtung. Und ich freue mich auf Roberto Massimo in den nächsten Monaten. Genau, und ich finde es da relativ interessant, dass auch Pellegrino Matarazzo auf ihn dann als Rechtsverteidiger setzt. Also es war kein Gehirnfurz von Tim Walter und vielleicht auch eine Manglung an Rechtsverteidigern im Kader, dass man halt Massimo dann umschulen möchte zu einem Rechtsverteidiger, jemanden der rechts in der Viererkette spielen kann, sondern dass Massimo auch unter Matarazzo genau dort spielt, wo Tim Walter ihn dann gerne gesehen hätte. Und die Statistiken geben recht, der gute Auftritt in Leverkusen gibt Tim Walter recht, gibt Matarazzo recht, gibt auch Roberto Massimo recht. Also das scheint Zukunft zu haben, das Modell. Wobei ich sogar sagen möchte, dass Matarazzo das noch besser ausnutzt, also die Stärken von Massimo, indem er ihn in der zweiten Liga in dieser Dreierkette dann praktisch als Ringback einsetzt, also als vorgezogener Rechtsverteidiger. Weil er genau die Stärken, die Offensivstärken einbringen kann und gleichzeitig dann aber auch defensiv mit nach hinten arbeiten kann und sich ja da auch, sag ich mal, so ein bisschen, ja ich weiß nicht, Erfahrungen sammeln kann und die Folgen, sag ich mal, wenn es nicht so klappt, sind nicht so drastisch, wie wenn du jetzt so einen ganz klassischen Rechtsverteidiger abgibst. Also eigentlich ist das jetzt die perfekte Position für Massimo mit dieser Dreierkette und den vorgelagerten Außenverteidigern. Also das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, was Matarazzo da mit zum einen Massimo macht und auf der anderen Seite, ja da wechselt es ja dann doch noch häufiger mal. Ja, aber das gefällt mir ganz gut. Der letzte Spieler, über den wir natürlich sprechen müssen, ist Fabian Bredlow, der mir... Uh, ja, stimmt. Der tut mir irgendwie leid. Ja, auf der anderen Seite ist das immer so, ja, der tut dir leid, was bringt dir das? Also im Endeffekt bringt es dir rein gar nichts. Man muss sagen, wie es ist, er hat die zwei entscheidenden Fehler gemacht, leider Gottes. Davor hat er auch dreimal gut gehalten, das möchte ich hier nicht unterschlagen. Tja, ist ein bisschen doof gelaufen für ihn jetzt, weil ich behaupte jetzt mal, wenn sich Kobel nicht verletzt, dann ist die Saison für ihn jetzt gelaufen und das ist natürlich ein bisschen schade, weil Bredlow hat eigentlich bis zu diesem Spiel immer gute Leistungen gezeigt, aber in dem Spiel hat man einfach gemerkt, es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Bredlow und Kobel. Nicht nur aufgrund der zwei entscheidenden Fehler, ich erinnere da noch an die tollen Abschlag- und Abwurfquoten von Gregor Kobel, die ich zuletzt immer wieder runtergebetet habe. Bei Bredlow sah das jetzt hier gegen Leverkusen komplett anders aus. 23 Abschläge hat er im Spiel hinten rausgedroschen, 12 kamen an und nur 72% seiner Pässe beziehungsweise Abwürfe haben einen Mitspieler erreicht, da ist ja Kobel immer über 90% und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass diese Abschläge, Abwürfe oder eben dann eben die Pässe auch sitzen und ich glaube, dass wir da mit Gregor Kobel besser fahren, um es mal direkt auszudrücken. Sehr schade für Fabio Bredlow. Nee, es ist schade, aber ja, es ist auch gar nicht dann so schade, wenn man halt eine klare Nummer 1 dann wirklich hat. Und nach dem Hick-Hack vor der Winterpause mit Bredlow und Kobel und wer jetzt im Tor steht und so weiter, denke ich, hat das Spiel in Leverkusen dann zumindest dabei geholfen, eine klare Nummer 1 zu definieren. Und diese Präsenz, die Gregor Kobel dann auch gegen Heidenheim im Strafraum ausgestrahlt hatte, wenn er irgendwelche Flanken dann einhändig da irgendwie runterpflückt, da kam Bredlow halt gegen Leverkusen nicht ran. Also diese Sicherheit hat er halt nicht ausgestrahlt. Und dann hat er halt diese zwei unglücklichen Situationen und ich persönlich finde es halt blöd, dann im Nachhinein zu sagen, das war kein klarer Fehler von mir. Ich meine, natürlich war es ein klarer Fehler von ihm und ich finde, das muss er dann auch so ansprechen. Und wenn ihm dann irgendwelche Mannschaftskollegen und Trainer dann zur Seite springen und sagen, naja, das kann halt passieren, dann ist es ja okay. Aber zu sagen, das waren keine Fehler und ich spüre einen Kontakt am Oberschenkel, weiß ich nicht. Also es ist jedenfalls nicht so meins. Also wenn er es verbockt, dann kann er es doch auch sagen. Also ich fand es cool, dass er sich überhaupt gestellt hat. Natürlich, also generell, gar keine Frage. Ja, und zu dieser Berührung sozusagen am Oberschenkel, also ich glaube ihm das sogar, dass das für einen kurzen Moment ihn aus dem Tritt gebracht hat. Aber, ja, vielleicht sehe ich es jetzt irgendwie zu einfach, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ein guter Torhüter ist so fokussiert, dass so eine kleine Berührung dann eben nicht diese verheerenden Wirkungen hat. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es einem Top-Torhüter einfach nicht passiert. Der wird halt auch mal berührt und trotzdem ist er konzentriert in der Aktion und konzentriert sich nur darauf, jetzt diesen Ball irgendwie daraus zu fausten. Ja, sei es drum. Ich verstehe schon, was du meinst. Das kann passieren. Er macht halt zwei Fehler. Er hätte, glaube ich, sonst die bisherige Saison komplett fehlerlos gespielt. Also ich denke, auch nach dem Leverkusen-Spiel, Fabian Bredlow ist ein guter Keeper und es ist schön, ihn beim VfB zu sehen, aber in dem Spiel hat er halt nicht das gezeigt, was er zeigen kann. Und das ist halt so Haken dran und schade und weiter geht es halt. Lass es uns so ausdrücken, Fabian Bredlow ist ein guter zweiter Keeper. Das, ja, ja. Und das meine ich gar nicht abwertend, aber... Nee, also momentan ja. Also ich würde jetzt mit ihm nicht unbedingt als Stammtehüter in der Saison gehen wollen, sage ich dir so, wie es ist. Also dafür hat er mir halt so in den letzten Jahren immer wieder zu viele Aussetzer gehabt, gerade auch in Nürnberg. Und du kannst dich jetzt nicht darauf verlassen, dass er eine Saison fehlerfrei durchhält. Es kann halt auch so laufen wie zu Leverkusener Zeiten oder jetzt, äh, zu Nürnberger Zeiten natürlich. Ähm, oder wie jetzt in Leverkusen. Und das, ja, das wäre mir zu riskant. Von daher bin ich da ganz froh, dass wir Gregor Kobel zumindest noch in der Saison bei uns im Kasten haben. Gut, abschließend vielleicht noch ganz kurz das Zitat von Sven Mislenthardt, das auch noch ein Thema aufwirft, das wir vielleicht anreißen können ganz kurz. Und zwar meinte Mislenthardt über die sehr junge Mannschaft. Am Ende des Spiels waren es irgendwie, ja, 22,09 Jahre. Haben wir jetzt, glaube ich, fünfmal überall alle gelesen. Aber ich wollte es jetzt denen, die es noch nicht gelesen haben, nicht vorenthalten. Also Sven Mislenthardt sagte nach dem Spiel, es ist genau der Weg, den wir weitergehen wollen. Wir gewinnen immer mehr hochwertige Spieler für das, was wir vorhaben. Jetzt ernten wir. Aber natürlich werden die jungen Spieler nicht von sofort alle funktionieren. Äh, werden die jungen Spieler nicht sofort alle funktionieren. Sie brauchen Zeit. Also da hat Sven Mislenthardt sich nochmal positiv darüber geäußert, dass eben jetzt auch die jungen Spieler mal gezeigt haben, was sie für ein Potenzial letzten Endes mitbringen. Also wir haben uns ja schon auch die Frage gestellt, was ist denn jetzt hier mit den Klimovitzes und Massimos und natürlich auch ein Eggloff? Und ja, wann zünden die denn mal? Wann bekommen denn diese Spieler endlich die Chance? Jetzt haben sie die Chance bekommen gegen Leverkusen und eigentlich haben sie alle, ja, performt, muss man sagen, oder? Also es war beeindruckend. Ja, tatsächlich. Und auch, ja, weiß nicht, war es jetzt mutig, war es nicht mutig von Matarazzo, aber er bringt halt, ja, dann, Moment, ich muss kurz gucken, er bringt halt Mola, Klimovitz und Eggloff und hat halt Carazzo, Al-Gadoui, Gomez auf der Bank sitzen. Also, ja, also, nee, fand ich gut. Also ein cooler Move vom Trainer. Er weiß vermutlich auch, dass ihm niemand irgendwie einen Vorwurf da machen wird, wenn es schief geht und sagt, hey, du hast die jungen Leute gebracht und nicht die erfahrenen. Aber ich fand es gut. Und ja, und so das dramatische Ende des Spiels hat ihm ja auch recht gegeben. Also, dass Eggloff und Klimovitz dann nochmal da Protagonisten sind zum vermeintlichen 3 zu 3. Oder, ja, was wir erhofft hatten, dass es das 3 zu 3 dann wird, das war natürlich nochmal richtig cool. Also, was man ansprechen muss, ist, dass die Hereinnahme von Mola richtig, richtig wichtig war für den VfB, weil sie in der ersten Halbzeit, da habe ich so eine kleine Grafik hier vorliegen, in der ersten Halbzeit relativ große Lücken über die eigene linke Seite offenbart haben. So, und wir haben ja gelernt in der Vorbereitung zum letzten Spiel oder in der letzten Folge, als wir über das Leverkusen-Spiel gesprochen haben, dass Leverkusen gerne über die rechte Seite kommt, die überlagert und dann mit Havertz, mit Bellarabi und, wie heißt der Kollege von der anderen Seite? Rechte, Beiser, oder wie meinst du? Nee, ach, shit, jetzt ist mir der Name entfallen. Palacios? Nee. Nein? Jetzt nehme ich mir die Zeit und gucke nach. So viel Zeit muss es einfach sein. Du, ich habe die Aufstellung hier. Ach so. Wenn du sagst, wo du suchst. Diaby. Diaby. Den meine ich, genau. Der ist auch manchmal auf die rechte Seite mit rübergegangen und eigentlich spielt er links, aber manchmal tauschen die die Seiten beziehungsweise überlagern dann die Seite. Also das machen sie eigentlich ganz gut. Und in der ersten Halbzeit hat der VfB da das andere oder andere Mal Probleme gehabt und Mola hat dann nach seiner Einwechslung diese Seite verhältnismäßig gut geschlossen, auch wenn seine Ecke, beziehungsweise sein Klärungsversuch dann zur Ecke geführt hat und diese Ecke führte dann zum 1 zu 0. Ja, aber trotzdem hat er das sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde natürlich auch, dass du Ecklauf in so einem Moment bringst, sehr, sehr clever, weil du weißt, seine Stärken sind die Schnelligkeit und er konnte sich natürlich dann genau auszeichnen in Kontosituationen, gerade in der letzten Minute dieser Aktion, die war ein absoluter Traum. Also das fand ich einfach großartig, wie er sich da durchsetzt gegen einen gestandenen Bundesligaspieler beziehungsweise gegen einen Bundesligaspieler und dann auch diese Flanke perfekt timet auf González. Da hast du all das gesehen, was eigentlich über Ecklauf in den letzten Monaten immer geschrieben oder erzählt wurde oder was wir auch selber schon gesehen haben bei diversen U19-Auftritten von ihm. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da können wir uns auf was freuen. Bei Klimowitz vielleicht ganz kurz noch, muss man sich so langsam die Frage stellen, ob er, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen Torschusstraining zusätzlich absolvieren sollte, weil er doch das häufigeren Probleme hat, den Kasten zu treffen, zumindest in der ersten Mannschaft, in der Regionalliga-Mannschaft. Du kannst die Regionalliga-Mannschaft, wo bin ich denn schon wieder? In der Oberliga-Mannschaft natürlich. Ja, Wunschdenken, ja. Ja, da fällt es ihm deutlich leichter, da hat er eine richtig gute Quote zum Ende der Saison. Ja, aber vielleicht braucht er einfach nur mal mehr Gelegenheit in der ersten Mannschaft aufs Tor zu schießen. Also es ist ja schon lange her, dass er für den VfB1 halt aufs Tor schießen durfte. Und es ist halt blöd, dass gerade die zwei Situationen jetzt für ihn so unglücklich aussahen. Aber er stand halt da, wo er stehen muss. Und ja gut, der Ball ist halt jetzt auch nicht so super einfach zu nehmen, weil er, glaube ich, so ein bisschen über Hüfthöhe ist. Also ich denke, als Zweitligaspieler, Bundesligaspieler, musst du ihn eigentlich aufs Tor bringen. Aber wenn du es halt nicht schaffst, dann habe ich da auch noch Argumente für. Und weil du es gerade sagst, das nur noch abschließend zu Matteo Klimowitz, er hat eigentlich überhaupt keine Chance in der zweiten Liga eben seine Qualitäten unter Beweis zu stellen oder überhaupt mal aufs Tor zu schießen. Denn seit dem Hinspiel in Aue hat er halt keine Minute mehr gespielt. Ja, eben. Und das ist natürlich dann auch das... Dafür hat er es eigentlich wiederum gut gemacht. Also das war sein erstes Spiel mit der ersten Mannschaft seit dem 23.08.2019. Also jetzt am vergangenen Mittwoch in Leverkusen. Und davor waren es halt dann immer nur Einsätze in der Oberliga. Und auch nicht so regelmäßig. Es war jetzt nicht so, dass er jedes Spiel dort bestritten hat. Zum Ende hin dann schon. Ende November hat er viele Spiele da bestritten. Aber ja, also der braucht Einsatzzeit. Das ist ja auch genau die Befürchtung, die ich jetzt zum Beispiel bei Mola habe oder auch da natürlich bei Egloff, dass die jetzt zwar bei der ersten Mannschaft dabei sind, aber dann eben diese Einsatzzeiten nicht mehr bekommen, die sie vielleicht bräuchten, um sich dann weiterzuentwickeln. Und da muss man natürlich irgendwie, ja, die richtige Mischung finden. Also ich habe auch kein Problem, wenn Egloff dann mal wieder bei der U19 auftaucht. Die hätten den mit Sicherheit in Heidenheim am Samstag ganz gut gebrauchen können. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch kurz darauf zu sprechen. Gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Das war es soweit zum Achtelfinalspiel in Leverkusen. Und schauen auf den vergangenen Samstag. Da traf der VfB Stuttgart zu Hause auf Erzgebirge Aue. Daniel Didawi sagte nach dem Spiel, wir orientieren uns jetzt taktisch mehr am Gegner, Sebastian. Tja, es ist so einfach. Gewinnt man dann die Spiele, wenn man sich an den Gegner so ein bisschen orientiert? Na, vielleicht schon, oder? Zumindest in der zweiten Liga. Also ich denke, du kannst den Ansatz verfolgen, dass du sagst, uns ist der Gegner völlig egal. Wir machen das, was wir wollen. Aber dann musst du halt richtig, richtig gut sein. Und vielleicht war der VfB in der Hinrunde jetzt nicht so gut, wie dann eventuell auch Tim Walter dachte, dass man sich so gar nicht am Gegner orientieren kann. Und ich denke halt, den Gegner völlig zu vernachlässigen, ist halt einfach auch ein Vorteil, den du dir entgehen lässt. Weil was spricht dagegen, eine Gegneranalyse zu betreiben und dementsprechend aufzustellen? Personell und auch taktisch. Und ich glaube einfach, dass es ja ein Vorteil ist, den du liegen lässt, wenn du es nicht machst. Und der Antwi Dabi ist jetzt ja auch jemand, der bekannt dafür ist, ein Fan von Tim Walter zu sein. Aber dieses Statement lässt dann ja doch tief blicken. Genau dieses Statement von Di Dabi war dann eben auch das letzte Statement, was ich noch gebraucht habe, um jetzt wirklich zu glauben, dass sich Tim Walter nicht am Gegner orientiert hat. Also ich dachte immer weiter, sagt das auf den Pressekonferenzen, um ja einfach schon so, wir sind einfach der Favorit und ja, was wollen wir mit dem Gegner? Der hat sich an uns zu orientieren. Also seine typische dicke Hoseart, dachte ich. Genau, so als Badass rüber zu kommen. Genau, aber ich war mir eigentlich sicher, dass intern natürlich Stärken und Schwächen des Gegners analysiert werden und die Spieler dann darauf vorbereitet werden, wie sie jetzt am besten gegen Aue anzugreifen haben, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Aber es scheint ja wirklich eben nicht der Fall gewesen zu sein, wenn selbst der gute Freund von Tim Walter, Daniel Di Dabi, danach sagt, wir orientieren uns jetzt deutlich mehr am Gegner als davor. Also das finde ich dann auch schon fast schon fahrlässig. Also wenn du so Schwachstellen, die dir eigentlich jeder Zweitliga-Gegner irgendwie bietet, nicht ausnutzt. Also gut. Genau, in der zweiten Liga hat ja jeder Gegner explizite Schwachstellen. Es ist nicht so, dass die irgendwie dann ja überall gut sind, sondern da gibt es halt Schwachstellen. Und wenn du die nicht nutzt, dann lässt du halt einfach was liegen. Ja, wir, wenn wir hier drüber sprechen, finden ja immer schon so drei, vier Dinge, auf die man dann vielleicht gehen sollte, wenn man der VfB ist. Und wir sind ja jetzt hier keine Analysten oder geschweige denn Trainer und erkennen jetzt hier wirklich die Feinheiten. Also wenn wir dann schon drei, vier Schwachstellen erkennen, dann will ich ja gar nicht wissen, was so ein Fuchs wie Materazzo erkennt. Oder natürlich auch Tim Walter. Deswegen wundert es mich, dass er da ja offensichtlich einen anderen Weg verfolgt. Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo er sich vielleicht weiterentwickeln muss. Ansonsten wird es überhaupt jetzt mal überall schwer haben, weil ich glaube, so ganz ohne Gegneranalyse wirst du selten erfolgreich sein, egal in welcher Liga du spielst. Ja, vermutlich. Da kann er sich dann vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln. Gut, kommen wir zum Spiel. Der VfB musste verletzungsbedingt ein bisschen was umstellen. Roberto Massimo mit einer Wadenverletzung im rechten Bein. Da wird es wahrscheinlich auch eng für das Spiel nächste Woche Montag in Bochum. Sehr schade. Aber der hat sich im Training, das habe ich gerade nicht mitbekommen, hat er sich im Training verletzt oder? Im Spiel gegen Leverkusen. Ah, okay. Ja, hat er sich diese Wadenverletzung zugezogen, musste ausgewechselt werden. Für ihn kam ja dann eben Mola. Ja, sehr, sehr schade, weil Massimo natürlich gerade eigentlich ganz gut unterwegs war. Ja. Und ich hatte echt ein gutes Gefühl bei ihm. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass der auch jetzt demnächst mal fällig ist für ein Tor oder so. Und das ärgert mich jetzt wahnsinnig, dass der ausfällt. Hoffentlich kommt er genauso stark wieder zurück, bekommt seine Chance und es steht ja auch bald das Spiel gegen Bielefeld an und gerade da würde ich es ihm natürlich gönnen. Ja, wenn er da so ein Ding reinhaut. Einen Monat, also am Minus-Ein-Tag. Zitterst du schon. Neuer Tag März. Sebastian, zitterst du schon nach diesem 6-0 gegen Regensburg? Nee, aber hey, das war völlig übertrieben von Bielefeld. Ich meine, wir gewinnen zu Hause gegen Aue 3-0. Du hättest vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Tore draufpacken können. Aber ja, und dann kommt Bielefeld daher. Und mich hat das 6-0 sogar eigentlich gar nicht geschockt. Was mich wirklich geschockt hat, ist, dass Vogelsammer Langzeit verletzt ist und dass Fabian Klos keins der sechs Tore geschossen hat. Und das hat mich wirklich schockiert. Also, ja. Ja, ich bin weiterhin optimistisch, was unsere Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz angeht. Also ich würde jetzt das nicht so hochhängen, diese 6-0. Das war eine starke Leistung. Überhaupt, Bielefeld bislang großartig. Aber ja, wir müssen 34 Spieltage überstehen. Und dann gucken wir weiter. Und ich behaupte jetzt einfach mal, der VfB und Hamburg, die gehen auf Platz 1 und auf Platz 2 hoch. Und Bielefeld wird dann Platz 3 erreichen, was ja auch ein großer Erfolg ist. Und dann mal gucken, wie es für die weitergeht. Aber ja, lassen wir mal Bielefeld außen vor sprechen weiter über Aue. Ja, und gehen so ein bisschen in die Spielanalyse über. Nicht in die Analyse, die hat damit nichts zu tun. Vielleicht kurz noch vorweg. Thema Analyse, das ist jetzt eine schlechte Überleitung. Aber ich hatte diesmal andere Nebensitzerinnen in dem Fall. Ja, du hast doch mal erzählt. Genau, und zwar zwei ältere Damen. Wirklich, also richtig tolle Nebensitzerinnen, die mit allem, was sie haben, VfB-Fan sind. Also das merkst du richtig. Aber natürlich jetzt nicht mehr so am Tagesgeschehen teilhaben, wie vielleicht jetzt wir dementsprechend den ein oder anderen Spieler nicht kannten. Und mich dann immer wieder gefragt haben, wer ist denn jetzt das? Und ist der jetzt gut? Und hin und her. Also es waren einfach wirklich super tolle, lustige Gespräche, die ich mit diesen beiden Frauen hatte. Und eine fragte mich dann so, warum ich immer so ruhig bin. Ich habe das ja schon mal erklärt, wenn ich im Stadion ein Spiel gucke, möchte ich bitte nicht, also ich möchte während dem Gucken nicht angesprochen werden. Ich brauche meine Ruhe. Und ich sitze da auch wirklich völlig verhältnismäßig, also nach außen hin entspannt. Innerlich natürlich nicht. Und ich habe ihr dann erklärt, dass ich das einfach mehr oder weniger nur so als, wie sagt man denn so? Ich sitze halt da und verfolge einfach nur das Spiel. Und ich möchte bitte jetzt nicht unterbrochen werden dabei. So habe ich es ihr aber nicht gesagt. Ich habe es ja anders umschrieben. Ich habe gesagt, für mich ist das wie Mathematik. Fußball ist für mich viel Mathematik. Es ist letzten Endes klar, welche Formel man anwenden muss, um zum Erfolg zu kommen. Aber nicht jeder bekommt das richtige Ergebnis raus. Und meistens bin ich erst danach sehr emotional. Und sie freute sich dann immer ganz besonders, wenn ich mir dann doch mal vor Wut oder so auf den Schenkel, also auf den Oberschenkel geschlagen habe. Dann sagt sie, ach, dann bin ich jetzt aber froh, dass sie sich auch mal regen. Also es war auf jeden Fall hervorragend. Also diese beiden Damen können gerne wiederkommen. Das war einfach richtig toll. Tolle Nebensitzerinnen. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. So, gut, dann kommen wir zum Spiel. Ich glaube, das interessiert die meisten dann doch ein Stück weit mehr. Und gehen so ein bisschen in die Analyse. Jetzt aber wirklich. Und da ist mir gleich wieder eins zu Beginn aufgefallen, dass Nathaniel Phillips unter Pellegrino Materazzo jetzt eine neue Rolle einnimmt. Also zum einen konnte er diese Rolle ja unterweiter gar nicht einnehmen, weil er weniger gespielt hat. Er hat zwar hier und da auch mal Einsätze bekommen, aber er hat ja meistens nur ausgeholfen und unter Materazzo ist er jetzt ja erst mal gesetzt, aufgrund dessen, dass halt zwei gelernte Innenverteidiger ausfallen. Und zwar ist Phillips immer derjenige, der von hinten raus die langen Bälle spielen soll. Also du siehst, wenn er den Ball zugespielt bekommt, von Caruso oder von Kobel, dann ist der erste Blick immer in die Tiefe. Also er guckt, kann er irgendjemanden lang schicken. Und erst wenn er erkennt, nee, das geht nicht, dreht er ab oder spielt halt dann, was weiß ich, Castro an, der in dem Fall vor ihm gespielt hat. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und du hast auch diesmal wieder gesehen, er hat acht lange Bälle geschlagen, sechs kamen an. Noch eklatanter könnte man das Ganze ja in Bielefeld, äh, in St. Pauli, auf St. Pauli sehen. Da hat er noch mehr Bälle versucht langzuschlagen. Da kamen zwar auch nicht so viele an, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn von 14 Versuchen vier ankommen, ist das auf jeden Fall schon mal besser, als wenn wir 60 Pässe hintenrum spielen und eben nicht nach vorne, keinen Raumgewinn erzielen können. Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall ein taktisches Mittel, äh, das sich Materazzo überlegt hat. Und ja, Nathaniel Phillips macht das an und für sich auch ganz gut. Ich würde sagen, von acht Bälle sechs, äh, an den Mann zu bringen, ist schon mal nicht so schlecht, möchte ich mal sagen. Was mir zu Beginn der ersten Halbzeit, ähm, aufgefallen ist, dass der VfB weiterhin große Probleme hat, also fast jeder Spieler, die Bälle vernünftig zu verarbeiten, vernünftige Pässe zu spielen und, ähm, ja, einfach technisch sauber Fußball zu spielen. Ja, also in der elften Minute gab es eine interessante Szene, Stenzel fängt wirklich hervorragend ein Mihailovic-Pass ab und spielt den Ball zu Gommes, der macht es dann ganz gut, umspielt Philipp Riese, heißt er glaube ich, genau, und schlägt anschließend einen langen Ball auf die Davi. Und ich weiß nicht, hast du das Spiel komplett sehen können? Ich habe die erste Halbzeit mir nochmal angeschaut, die zweite Halbzeit aus Gründen nicht, ähm, aber die erste Halbzeit habe ich komplett gesehen, ja. Okay, äh, erinnerst du dich an die Szene, als die Davi diesen langen Ball bekommt und den nicht so richtig verarbeiten kann und der dann so uns austrudelt. Wo die Davi quasi mit dem Ball ins Ausläuft und dann abfängt und denkt irgendwie, okay, das habe ich irgendwie nicht so richtig gut gemacht. ja. Ja, das sind für mich so Dinge, das, das kann, das kann ich mir irgendwie nicht richtig erklären. Also das ist halt Daniel Didavi, der ja eigentlich ein super Techniker ist. Und, dass es ihm dann nicht gelingt, diesen Ball besser zu kontrollieren, der wurde noch nicht mehr so richtig gestört. Ich weiß nicht, an was das liegt. Also das ist mir ein paar Mal jetzt schon aufgefallen. Eine Minute später gleich nochmal, äh, da war der etwas nicht so, oder nicht besonders gut aufgelegte Mennel, äh, jemand, der, äh, den VfB das andere Mal in Szene setzen konnte, obwohl es gar nicht seine Aufgabe ist. Also Mennel versucht, einen langen Ball zu schlagen und, äh, González kann den in diesem Fall abfangen. Und auch hier wieder, der Ball verspringt González dabei leicht und das reicht dann eben, also, dass er ihn nicht sauber annehmen kann, annehmen kann, reicht dann eben, dass er Didavi an der Strafraumgrenze nicht direkt anspielen kann und dann den Umweg über Castro gehen muss und das war dann die Chance, als Castro so aus 20 Metern, ich glaube, neben das Tor schießt, ja, also, da kannst du auch mehr draus machen und da ist es halt auch wieder dieser erste Kontakt, der dazu führt, der schlechte erste Kontakt, dass du eben nicht geradlinig und schnell spielen kannst, sondern nochmal so einen kleinen Umweg nehmen musst. Und das zieht sich halt komplett durch die Hinserie und auch jetzt schon zum Beispiel im Spiel gegen St. Pauli hat man das ein paar Mal gesehen, dass wir uns selber ausbremsen eigentlich. Und, ähm, da würde ich mal wirklich gerne wissen, woher das kommt. Also, das fällt mir beim VfB wirklich extrem auf. Also, das, ich kann es mir nicht erklären, das sind ja alles gute Fußballer eigentlich. Hast du einen Ansatz? Ja, aber diese Unsauberbarkeiten habe ich auch des Öfteren entdeckt, ne? Also, man hat einen guten Gedanken, aber dann sind die Pässe echt, ja, zu hoch gespielt, nicht genau temperiert gespielt, zu schnell, zu langsam oder so. Ja, also, das ist nach wie vor ein Problem, weil, wenn man die akkurat spielen würde, dann wäre man definitiv gefährlicher vorm Tor. Aber es sind diese Details, an denen es dann hapert. Und wenn wir schon beim Mennel-Bashing sind, zwei Fehler von Herrn Mennel führten in dem Spiel gegen Aue zu Schüssen. Und warum erwähne ich das? Wir haben ihn ja letzte Woche noch besprochen, als einen der Spieler, auf die man besonders achten sollte, weil eben besonders gut. Und die anderen beiden, die ich auch erwähnt habe, die beiden Innenverteidiger, die jetzt nicht direkt Innenverteidiger gespielt haben in dem Fall, waren dann, glaube ich, die beiden Zweitschlechtesten von Aue. Also wir ziehen das jetzt einfach durch. Die guten Spieler reden hier noch stärker und dann sind sie im Spiel gegen den VfB schwach. Ja, aber voll gut. Ich meine, wenn du das so jinxen kannst, dann ist das total gut. Also bin ich mal gespannt, was du da für Bochum auf der Platte hast. Da habe ich mir drei ganz besondere Spiele rausgesucht, um mich nachher drauf zu sprechen. Gut, zwölfte Minute, die erste Chance dann, also die für mich erste richtige Chance, die hat dann Aue durch Nazarov. Da war es so, dass Philips nach einem Einwurf plötzlich drei Auer verteidigen muss. Das ist auch wieder so eine typische VfB-Szene eigentlich in dieser zweiten Liga bislang. Also du hast eigentlich nie so eine Situation, dass du der Gegner mal Überzahl hast, außer du pennst komplett. Und das war hier der Fall. Philips also gegen drei Auer. Das Problem war hier, dass Castro viel zu weit weg von seinem Gegenspieler stand und zwischen Carazor und Philips die Abstimmung überhaupt nicht passte. Da kann es natürlich jetzt daran liegen, dass Carazor kein gelernter Innenverteidiger ist und weiß ich nicht, denn die Kommandos noch nicht so drauf hat, das kann ich mir nicht so richtig erklären, warum es nicht 100% klappt, weil die trainieren das ja auch. Aber das war letzten Endes der Grund, warum Philips gegen drei Auer-Spieler große Probleme hatte, logischerweise. Und so entsteht dann die Situation, in der vier Stuttgarter Jan Hochscheid plötzlich verteidigen. Also jetzt muss ich das wieder hier vor mir aufmalen, um es dann möglichst gut erklären zu können. Also zunächst einmal versucht Philips gegen drei Auer das ganze Ding zu verteidigen. Dann spielt einer dieser Auer den Ball auf Jan Hochscheid. Jetzt kommt eben, dass Philips, Carazor, wen habe ich von genannt, Castro und noch ein vierter Stuttgarter plötzlich auf den Hochscheid zustürmen, weil es halt eben da für eine Abstimmung her nicht passt und man sich nicht abspricht, wer jetzt auf den Ball führenden Spieler geht, wer dann im Rückraum Spieler abdeckt. Und dann war es halt eben so, dass Christoph Daffaner heißt, der glaube ich plötzlich davon sprinten kann, ja, völlig blank auf der linken Seite ist und da auch diese Seite entlang sprintet. Ja, der Pass kommt von Hochscheid. Das machen sie richtig gut, Aue. Und Daffaner spielt den Ball dann auch gut ins Strafraumzentrum auf Nazarov. Und der hat halt dann das Pech, dass Stenzel das wirklich richtig stark verteidigt. Also der klärt dann kurz vor Nazarov. Ja, also das war eine ziemlich gefährliche Situation. Übrigens war das einer von vier abgefangenen Bällen von Stenzel. Und Pascal Stenzel ist, was diese abgefangenen Bälle angeht, wirklich eine richtige Waffe für den VfB. Er ist ligaweit der 13. beste Spieler, was das Abfangen von Bällen angeht. Und das finde ich schon eine gute Hausnummer für eine Mannschaft, die ziemlich weit oben steht. Weil eigentlich sind das halt eher die Mannschaften, die ziemlich weit unten stehen, die die Bälle abfangen müssen. Und von daher ist das schon wirklich eine gute, gute Anzahl an abgefangenen Bällen von Stenzel, der ja auch im richtigen Moment geklärt hat. Also das war eine gute, wichtige Aktion von Pascal Stenzel. Aber über Stenzel müssen wir generell noch mal reden, denke ich, oder? Weil er hat unter dem Walter Rechtsverteidiger gespielt. Also den Rechtsverteidiger, der überall auf dem Platz zu Hause ist. Und dann hat er unter Materazzo dann erst mal Linksverteidiger gespielt. Und jetzt gegen Aue war er eigentlich linksaußen und hin und wieder Zehner, oder? Ja, genau. Das ist super, dass dir das aufgefallen ist. Und zwar habe ich mir direkt nach dem Spiel, weil ich auch das Gefühl hatte, Mensch, der Stenzel, was war denn er heute eigentlich? Ob welche Seite waren denn jetzt? Brutal, oder? Also der spielt alles. Demnächst ist er Torwart. Ja, da bin ich jetzt nicht so schaub drauf. Nein, nein, ich auch nicht, aber das ist brutal. Der spielt halt 17 Spieltage rechts hinten. Also das ist der einzige quasi, der gesetzt, das macht jedes Spiel. Dann kommt ein neuer Trainer, dann spielt er auf einmal Linksverteidiger und jetzt spielt er linksaußen und dann irgendwie im Zentrum. Genau. Pascal Stenzel hat sich im Spiel gegen Aue hauptsächlich im Zentrum aufgehalten, obwohl er eigentlich für die linke Seite eingeteilt wurde. Aber das VfB-Spiel ist grundsätzlich eher rechtslastig oder meistens rechtslastig, auch jetzt durch Silas, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und dann rutschen natürlich auch die Spieler, die jetzt auf der linken Seite normal zu Hause sind, auch ein Stück weiter nach rechts. Deswegen ist er dann eher im Zentrum gewesen. Aber das war schon interessant zu sehen, dass Stenzel wirklich eigentlich mehr oder weniger neben Mangala gespielt hat. Also das hat er auch wieder richtig gut gemacht. Den habe ich übrigens nachher auch bei den fünf Spielern dabei, über die wir sprechen müssen, Pascal Stenzel. Ja, ich fand ihn grandios, weil er wirklich genau das Gegenteil spielt von dem, was er in der kompletten Hinrunde gespielt hat. Und jetzt macht das halt nach wie vor richtig gut. Und das 2 zu 0, ja, er war der Ausgangspunkt einfach. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ganz genau. Ist dir aufgefallen, in der ersten Viertelstunde war vom VfB nicht allzu viel zu sehen. Es gab zwar hier und da mal ein paar gefällige Szenen, aber so richtig überzeugt haben sie mich eigentlich nicht. Ich habe es ja, wie gesagt, im Web-Radio gehört. Und ja, da war auch der Kommentator relativ überrascht, wie forsch Erzgebirge Aue im Auftritt auswärts, wo sie ja in dieser Saison eigentlich noch gar nichts gerissen hatten. Und dann treten sie auf bei der besten Heimmannschaft der Liga und waren relativ forsch. Und ja, und ich saß da oben im Schnee auf dem Gründen und dachte so nach 30 Minuten, das klingt irgendwie gar nicht so gut. Also der VfB will, aber Aue ist irgendwie nicht eingeschüchtert, sondern spielt auch nach vorne, hat seinerseits Chancen. Und ja, also das war, ich habe schon mitbekommen, dass es in der Anfangsphase ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Das Echo danach war ja sehr positiv. Also alle waren zufrieden. Logisch, du gewinnst 3 zu 0. Ist ja keine Frage. Aber ich möchte noch nicht so richtig auf den Hype-Train mit aufspringen, sage ich dir ganz ehrlich. Weil das, was in der Hinserie nicht alles so besonders schlecht lief, also als man nach jeder Niederlage gesprochen hat, wie scheiße alles ist. Und ich ja damals auch immer mal wieder gesagt habe, na gut, die haben halt wirklich echt extrem gute Chancen, die sie nicht nutzen. Und auf der anderen Seite haben die hinten Böcke drin, die passieren ja normalerweise vielleicht einmal in einer Saison. Und das passiert uns regelmäßig. Und jetzt würde ich auch sagen, ist man vor dem Tor effektiver. Man nutzt die Chancen besser. Und auf der anderen Seite profitiert man das ein oder andere Mal auch davon, dass der Gegner sich etwas auf Schwäbischölle, man glaube ich sagen, dappig anstellt. Ja, also ich sehe da schon noch ein paar Baustellen für Materazzo. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da etwas offensiv besser eingestellte Gegner, wie zum Beispiel jetzt Bochum am kommenden Montag, die eine sehr gute Offensive haben, uns da vor deutlich größere Probleme stellen. Aber auch da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Zum ersten Mal wirklich in Erscheinung trat für mich der VfB in der 23. Minute, als es aus meiner Sicht zumindest eine diskutabile Situation gab. Erinnerst du dich, dass der Herr Miojevic, ich habe es sofort ausgesprochen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Miojevic, etwas ungeschickt stand, möchte ich sagen, bei einem Stenzel-Einwurf. Gonsardes hascht dann so ein Stück weit vorbei, vorbei an ihm mit Ball. Und Miojevic trifft Gonsardes dann am rechten Knöchel, der fällt. Und jetzt ist die große Frage, fand das faul? Ja, innerhalb glaube ich nicht, im besten Fall auf der Linie oder vor der Linie statt. Da fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass man sich das nicht nochmal nachträglich angeschaut hat. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Ja, ich habe es ja heute Morgen nochmal nachträglich geschaut auf VfB-TV. Und ich weiß, du bist ja kein großer VfB-TV-Fan. Ich fand es relativ cool, weil der Kommentator natürlich völlig voreingenommen war, immer pro VfB. Und der hat dann irgendwie gemeckert als Endo, glaube ich, im ersten Zweikampf in der Luft irgendwie gelb gesehen hat. Dann hat González, nee, dann hat Karasor wegen, er hat ja nicht gemeckert, er hat ja irgendwie sachlich seine Argumente vorgebracht, hat auch gelb gesehen. Und dann gab es noch diese Szene gegen González, auf der Linie war das vermutlich. Und er hat es genauso eingeordnet, wie ich es auch getan hätte. Und hat gesagt, ja, das ist eigentlich ein klares Fall. Und das muss man sich nochmal angucken. Und erstaunlich, dass sich das Köln nicht nochmal irgendwie anschaut, aber, also ich finde schon, da kann man definitiv Elfmeter zeigen. Also wenn es, genau, darum ging es mir nämlich. Also für erstes Mal war es ein Foul. Gut, das hat der Schiedsrichter offensichtlich nicht erkannt, aber es war ein klares Foul. So, jetzt ist halt die Frage, wenn es dann auf der Linie war, ist es halt ein Elfmeter? Und da frage ich mich, warum man sich das nicht nochmal anschaut. Also genau darum geht es ja eigentlich. Es ist eine knifflige Situation. Du siehst, also wenn ich zu Hause es hinbekomme zu sehen, dass der Spieler González hier am rechten Knöchel trifft, dann kriegen die das in Köln ja hoffentlich auch hin. Und dann wird es ja möglich sein, das irgendwie herauszufinden, ob das jetzt auf der Linie war oder vor der Linie. Und das ist für mich schon eine Situation, die unbedingt überprüft werden sollte. Ich möchte trotzdem noch was anderes sagen, und zwar zu den gelben Karten. Gerade zu Karazor, hatte ich heute auch auf Twitter eine interessante Diskussion. Ich finde es absolut richtig, dass ein Schiedsrichter in so einem Moment eine gelbe Karte gibt. Also die Situation war ja folgende. Silas zieht irgendwie in die Mitte, und ein Auer-Spieler säbelt den um. So. Zuvor hat González eine gelbe Karte bekommen für einen Ellbogen-Scheck gegen Nazarov. So. Die gelbe Karte, Ellbogen-Scheck geht für mich völlig in Ordnung. Das weiß jeder, dass es halt gelb gibt. Und jetzt rennt der Karazor als zentraler Innenverteidiger von hinten an den Schiedsrichter ran und fordert für den Gegenspieler eine gelbe Karte. Das geht halt nicht mehr. Und das finde ich, also ich verstehe jetzt halt einen Punkt, dass man sagt, ja, er bringt da seine Argumente jetzt nicht irgendwie wütend vor. Du hast ja auch schon andere Anläufe gesehen. Ich sage ja nur Frank Ribéry, also da muss er ja manchmal froh sein, dass der nicht einen Schuh aussieht und einen Schiedsrichter auf den Kopf haut. Also der hat ja wirklich einen Impulsverlust oder Kontrollverlust ist es, glaube ich. Kontrollverlust, ja. Na gut, ja. Also ich musste mich mit solchen Menschen noch nicht allzu umärgern. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was das für ein psychischer Schaden ist, den da Frau Ribéry irgendwann mal davongetragen hat. Gut, sei es drum. Also ich finde diese Linie, ja, vielleicht unpopuläre Meinung, dass man da resoluter gegen vorgeht, gegen das Anlaufen des Schiedsrichters und gegen das Beschweren und Fordern von gelben Karten und so, finde ich absolut richtig, weil es geht mir einfach nur noch auf den Sack. Das ganze Verhalten geht mir auf den Sack. Das fängt schon bei Gonzalez an. Ja, da sind wir wieder bei dieser Elfmetersituation. Der wird getroffen, ja, dann habe ich mir das ja in mehreren Standbildern angeguckt. Dann wird, der merkt praktisch die leichte Berührung, breitet schon die Arme aus, ja, da wäre Leonardo DiCaprio neidisch, ja, also der hätte es nicht besser machen können auf der Titanic und fängt an zu schreien und währenddem er schreit, das kann man schön in der Zeitlupe sehen, sucht er den Schiedsrichter, ja, damit er bloß den Schiedsrichter noch, also am besten in die Augen gucken kann, leidend, wie er gerade zu Boden geht und das Bein verliert. Und das ist für mich einfach ein Verhalten, das ist, also mir geht es einfach nur noch auf den Sack. Also das würde ich alles komplett durchsanktionieren. Dann fliegt er halt mal vom Platz, auch auf der anderen Seite. Das ist für mich eine Theatralik, die da auf dem Platz mittlerweile eigentlich nur noch im Fußball zu sehen ist, die mir einfach auch das Spiel kaputt macht und ich sehe da auch keinen Emotionsverlust, wenn sie Spieler nicht mehr das Recht herausnehmen, den Schiedsrichter zu beleidigen oder beziehungsweise irgendwie anzugehen. Also ich habe dafür kein Verständnis mehr und nimm jetzt die Situation mit Karasor. In dem kompletten Spiel ist danach nicht ein Spieler mehr auf den Schiedsrichter zugerannt und hat irgendeine Karte gefordert. Da war einfach Ruhe und Puff. Und genau das ist das, was diese gelben Karten bewirken sollen, dass die Schiedsrichter in Ruhe ihre Arbeit machen können. Also ich bin da eher auf der Seite der Schiedsrichter, die das stärker sanktionieren als zuvor. Das nur mal so am Rande. Ja, nee, da bin ich schon bei dir, aber gerade in der Situation, wenn ein Karasor ankommt und dann irgendwie wirklich ganz ruhig seine Argumente anbringt, ich weiß nicht, ob die in der Gelb geben muss, aber klar, das ist die neue Richtlinie. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wie der DFB und die DFL dann diese neue Richtlinie an die Klubs rangebracht haben, aber zumindestens, Atacat Karasor war ja dann deutlich überrascht, als er dann die gelbe Karte gesehen hat. Und ich war tatsächlich ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen erleichtert, dass Nicolas González raus musste zur Halbzeit, verletzungsbedingt, weil er verletzt war, weil ich glaube, er hätte das Spielende nicht gesehen, weil er hatte dann ja nach der ersten gelben Karte noch so eine Situation, wo ihm ein Offensiv-Foul abgepfiffen wird, was garantiert kein Offensiv-Foul war, und sich dann nochmal ein bisschen beschwert und dann sagte halt dann live der Kommentator im Radio, er muss jetzt echt aufpassen und durch diese neue Linie, die halt die Schiedsrichter fahren, siehst du halt dann auch relativ schnell eine gelb-rote Karte und deswegen war ich nicht nur unglücklich, dass er raus musste. Da bin ich auch bei dir, aber auch das, du kriegst eine gelbe Karte wegen dem Ellbogen-Check, unglücklich, keine Frage, aber du kannst dich aus meiner Sicht danach nicht so auf den Platz aufführen, dass du da rumschreist und diese Abwink-Bewegungen machst, also das ist ja nichts Neues. Nein, das ist ja daneben, also da sind wir uns eins, ja. Und das muss man halt einfach dann im Hinterkopf haben, was wir jetzt in der, gerade 2019 erlebt haben, auf Amateurplätzen, das, was da in der ersten und zweiten Bundesliga passiert, das färbt halt einfach ab dann auf die Kreisliegen oder von mir aus auch Bezirksliegen. Also ich finde, da haben diese Spieler auch eine gewisse Vorbildfunktion und auf der anderen Seite haben auch die Schiedsrichter die Vorbildfunktion, dass sie vielleicht den Schiedsrichtern in den unteren Ligen damit das Zeichen geben, es wird einfach solches Verhalten nicht mehr toleriert, sondern sofort sanktioniert, egal was das für Folgen hat. Und wenn der Spieler dann eben nach zehn Minuten von Platz geht, weil er zweimal mich von hinten anläuft. Ja. Also in der Kreisliga ist so ein von hinten anlaufen halt nochmal anders zu werden als in einem Bundesliga-Stadion. Aber wenn es halt normal ist, dass sich jedes Mal eine Traube bildet unter dem Schiedsrichter und dem wirklich in die Fresse gebrüllt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht in der Kreisliga sich dann noch mehr Spieler dieses Recht rausnehmen und das viel bedrohlicher wirkt auf die Schiedsrichter. Also ja, also ich bin da total d'accord mit, was die Schiedsrichter momentan in der ersten und zweiten Liga so pfeifen. Das ist längst überfällig und das gilt dann auch für Schwalben. Und ach, das muss ich auch noch sagen, dass die Schiedsrichter sich überhaupt ständig erst Gedanken machen müssen, ist das jetzt eine Schwalbe oder nicht, liegt ja letzten Endes an den Spielern. Ja, also wenn du siehst, wegen was für einem Scheiß da jeder Spieler auf den Boden geht, ja, dann sind sie ja selber schuld, dass der Schiedsrichter immer sich die Frage stellen muss, will der mich hier gerade verarschen? Also du hast als Schiedsrichter ja ständig das Gefühl, dass hier jemand versucht, nicht die Wahrheit zu zahlen oder die Wahrheit zu verfälschen. So muss man es ja sagen. Du musst ja immer, immer damit rechnen, dass dir gerade jemand hier was in X für ein U vormachen möchte. Und das ist halt auch was, es geht einfach um den Sack, finde ich. Also hat halt wenig mit Fairplay zu tun, wenn ich jedes Mal versuche, bei jeder minimalsten Berührung gleich einen sterbenden Schwan zu spielen. So. Und, also, ja, finde ich cool, dass die Schiedsrichter da so abliefern. Aber gut. Lass uns wieder aufs Spiel kommen. Nee, aber ich denke, man muss auch mal klar unterscheiden. Also haben wir auf der einen Seite irgendwelche Kreisliga oder Hobbykicker, die sich dann irgendwelchen neuen Richtlinien beugen müssen oder sind es halt dann tatsächlich Arbeitnehmer von irgendwelchen Clubs, die halt relativ viel Geld verdienen und Profis sind und die dann auch genau wissen sollten, wie jetzt die aktuellen Richtlinien aussehen und wenn die halt so aussehen, wie sie jetzt aussehen, dann muss man dann im Zweifelsfall auch mal dann einfach die Klappe halten. Ja. Lassen wir sie stehen. und konzentrieren uns, wie gesagt, wieder aufs Spiel. 27. Minute, erste richtig, richtig große Chance für den VfB Stuttgart durch Pascal Stenzel, der ja schon ansatzweise gelobt wurde von dir. Ja. Zumindest war es so, dass Mangala, Castro und Stenzel den Ball im Mittelfeld sehr, sehr gut laufen lassen. Die Davi spielt dann den alles entscheidenden Schnittstellenpass auf Stenzel, der dann aus halblinker Position so sieben Meter vor dem Tor die Möglichkeit hat zu schießen. Er könnte theoretisch auch versuchen, irgendwie auf den zweiten Pfosten zu flanken und dort Gomez oder Castro anspielen oder anzuspielen. Das hat er nicht gemacht, ist auch okay, aber die Variante, die er sich dann überlegt hat, die war auch nicht so richtig gut, weil er hat direkt Mendel angeschossen. Hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. Ja, ich glaube, ein Torjäger ist Pascal Stenzel nicht, aber auch das sehe ich ihm total nach, weil, also, wir haben es ja schon angesprochen, also so polyvalent wie er habe ich echt noch keinen Spieler gesehen, ne, von Rechtsverteidiger auf Linksaußen irgendwie gar kein Problem, also dann auf den Zehner, er spielt alles und spielt es gut und spielt es verlässlich, ja, und dass er im Abschluss irgendwie so ein paar Schwächen hat, und das sei ihm dann nachgesehen, aber ja, die Situation war cool, also das Beste an der Situation war wirklich der Pass von Daniel Di Davi genau in die Schnittstelle auf Stenzel, der dann halt irgendwie auch relativ clever einläuft, als dann tatsächlich linksaußen und ja, dann legt er sich von links auf rechts und schießt dann halt Mendel auf die Brust, also der Abschluss war kacke, aber alles andere davor war richtig, richtig gut. Ja, und Di Davi in dieser Partie mit 31 Pässen, davon zwei wichtigen beziehungsweise öffnenden Pässen, das war richtig gut und da habe ich mal nachgeschaut, wer eigentlich beim VfB die meisten wichtigen Pässe spielt, also die, die dann auch zu Großchancen führen und das ist, Überraschung, Gonzalo Castro, 44 insgesamt, ligaweit damit auf Platz 6, das ist unser wichtigster Passgeber, hätte ich jetzt nicht vermutet, muss ich ehrlich sagen. Ne, aber jetzt gegen Aue war auch richtig stark, fand ich halt, was ich so gesehen habe, war recht, richtig, richtig gut. Das stimmt, da gibt es wenig auszusetzen. 34. Minute, 1 zu 0, durch Daniel Di Davi, Silas holt eine Ecke raus, die dann von Castro getreten wird, Philipps verschafft sich, ja, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Schiedsrichter, Fairplatz gegen Dennis Kempe, der ja eher wegrutscht, als dass er gefault wird, ja, dann legt Philipps, dann legt Philipps den Ball in die Mitte und Di Davi reagiert da schnell und auch gut und macht seinen vierten Saisontreffer, also, ja, einfach schnell gestaltet, gute Situation ausgenutzt und getroffen, Punkt. Ja, und was ich da halt, was ich da halt dann so bezeichnend fand, im Gegensatz zur Walter-Ära, dass Silas sich da ja vorne durchtankt, dann irgendwie an zwei, drei Spielern vorbeikommt und, nee, ich habe es verwechselt, sorry, aber dass er da vorne echt für Unruhe sorgt und dann sich den Ball, glaube ich, am Gegenspieler vorbeilegen möchte und der Gegenspieler noch ein Bein dran hat, dann gibt es halt die Ecke, aber was ich sagen wollte, wir hatten ja noch eine Szene, wo, das war dann vom 2-0, glaube ich, wo Silas nach vorne marschiert und kommt dann an zwei vorbei, am dritten nicht, aber dann kommt dann doch der Ballverlust und dass dieses Moment der Unruhe halt einfach wahnsinnig wichtig ist, einfach die Defensive des Gegners so ein bisschen in Chaos versetzt und dass das zumindest in der zweiten Liga deutlich effizienter ist als dieses ewige Hin- und Hergeschiebe des Balles. Ja, da bin ich ganz bei dir, das sieht man jetzt halt auch, dass Walter's Idee an und für sich nicht, das ist keine schlechte Idee, die er hatte, aber es fehlte halt so auch ein bisschen die Abwechslung in den Angriffsbemühungen, also ich glaube, dass du so erfolgreich Fußball spielen kannst, wie es Tim Walter sich überlegt hatte, aber nicht gegen jeden Gegner und vor allem nicht gegen den Gegner, der sich einfach nur hinten reinstellt und im Endeffekt sagt, komm mal. Und ich glaube, zu Hause gegen Erzgebirge Aue kannst du halt mit dem Walter-Ball wenig reißen, es sei denn, du hast irgendwie unfassbares Glück. Oder du triffst gleich relativ früh. Ja, genau. Ja, ansonsten, genau, was du halt sagst, du spielst halt die ganze Zeit gegen elf Mann, die, sag ich mal, so 30 Meter vorm Tor sich positionieren und da wird es halt enorm schwer, dann nur mit Kurzpässen sich durchzuspielen durchzuspielen und dann darf man ja nicht vergessen, was wir auch zu Beginn dieser Spielanalyse gesagt haben, dass du immer noch viele, viele unsaubere Aktionen ständig dabei hast, die dann natürlich dann auch wieder das Tempo rausnehmen und den Gegner die Möglichkeit geben, dir den Ball abzulaufen. Also, ja, also, da können wir schon mal jetzt sagen, dass das Facetten, oder dass die Facetten, dass der Facettenreichtum unter Materazzo uns dann deutlich besser gefällt als unter Weiter. Ja, definitiv. Was man vielleicht noch kurz erwähnen müsste, weil Philips ja die Vorlage gegeben hat, das war übrigens nur einer von zwei Luftzweikämpfen, die Philips gewinnen konnte. Insgesamt hat er fünf bestritten, wie gesagt, nur zwei gewonnen, der war ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ist Nathaniel Philips ligaweit der zweitbeste Zweikämpfer in der zweiten Liga. Oh, okay. Ja, hinter Georg Markreiter vom 1. FC Nürnberg, aber, ja, Philips schlägt sich da eigentlich sehr solide. Der hat natürlich immer noch seine Schwächen, keine Frage, der wird in letzter Zeit mir ein bisschen zu sehr kritisiert für sein mangelndes Tempo. Ja, er ist nicht der Schnellste, da gebe ich jedem recht, aber ich glaube, dass sein größeres Defizit aktuell das Stellungsspiel ist und, ja, die Antizipation, also, er braucht immer manchmal so ein bisschen zu lang, um die Situation richtig einzuschätzen beziehungsweise, ja, ein erfahrener Innenverteidiger wie zum Beispiel Holger Badstuber, der ja auch nicht schnell ist, der hat halt ein besseres Stellungsspiel, der stellt sich schon besser auf die Situation ein und da kann sich Philips, glaube ich, noch viel abgucken, aber sonst ist das ein solider Innenverteidiger. Ja, ja, total, klar. Gut, dann 37. Minute, ich möchte es ganz kurz erwähnen, weil ich eigentlich auf eine Statistik zu sprechen kommen möchte, da gab es diesen verunglückten Abwurf von Mennel, also das war auch wieder so eine Slapstick-Situation, gut, Silas hat da keine große Chance, den Ball besser aufs Tor zu bringen, ich glaube, ja, der schießt mit rechts oder so und der Ball, ja, dreht so dann auch noch leicht nach rechts ab, also kommt nicht so richtig aufs Tor, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, dass das Silas einziger Torschuss im gesamten Spiel war. Echt? Ja, sonst hat er nicht aufs Tor geschossen und das ist wiederum interessant, weil Silas eigentlich unser treffsicherster Schütze vorne drin ist. Ja, von allen VfB-Spielern gibt Silas in der Saison die sechs meisten Torschüsse ab, nur Gomez und jetzt wird es interessant, Kempf und, gut, Förster ist ja nicht so überraschend und Gonzalez schießen häufiger aufs Tor, aber was ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte ist, trotzdem hat Silas die beste Torverwertung der Top-6-Schützen vom VfB, 23% seiner Torschüsse sind dann auch drin, das ist ein starker Wert, also von allen VfB-Spielern trifft Silas mit den wenigsten Schüssen das Tor. War das verständlich? Ja, hat man es verstanden? Ja, schon und das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Silas ja dann auch relativ häufig schießt, ne, siehe Leverkusen aus, da aus dem Strafraum-Eck dann gegen das Glattenkreuz oder so, also schon erstaunlich. Also ich war auch überrascht, ich war fast noch mehr überrascht, dass Kempf die zweitmeisten Torschüsse abgegeben hat in der Saison bislang vom VfB Stuttgart, aber dass Silas auf Platz 6 steht und wie gesagt von diesen Top 6 nur die wenigsten Chancen braucht oder die wenigsten Schüsse um ein Tor zu erzielen, das fand ich dann auch schon wieder ein Stück weit imponierend bei so einem jungen Spieler. Gut, dann kommen wir zum 2-0, das war die Situation, die du gerade eben schon angesprochen hast, Silas sprintet die komplette rechte Seite runter, sein Passversuch wird dann von Jakob Rasmussen auf Stenzel abgefälscht, da haben wir ein bisschen Glück, der spielt dann sofort den freien Förster an, richtig gut gemacht, der dann eine tolle Flanke, muss man wirklich an der Stelle mal sagen, Philipp Förster hat viel hier einstecken müssen in den letzten Wochen, aber hier muss man dann sagen, hat Förster echt eine super Flanke geschlagen auf die Davi, der dann per Seitfallzieher zum 2-0 trifft, das war einfach klasse gemacht, von allen Beteiligten, würde ich sagen, oder? Ja, aber wir müssen, glaube ich, nochmal verstärkt auf die Personalie Philipp Förster zu sprechen kommen, also, okay, wir haben auf ihn geschumpfen, alle haben auf ihn geschumpfen und auf einmal spielt er nicht mehr, ne, also, er war jedenfalls nicht mehr in der Startelf gegen Erzgebirge Aue und dann muss er noch relativ früh kommen, verletzungsbedingt und dann kommt er aufs Feld und spielt halt richtig, richtig gut, also, ich glaube, das ist unser Verdienst. Da wäre mir ja gerade fast das Wasser hier immer gesprudelt. Ne, aber er kam ja auf den Platz und hatte dann, glaube ich, gleich nach ein, zwei Minuten diese erste Chance, wo er irgendwie so rechts im Strafraum den Ball bekommt, dann relativ viel richtig macht und dann auch gleich den Abschluss sucht und ans Außennetz schießt, also war, glaube ich, gut gelöst und ja, und dann kommt, glaube ich, zwei, drei Minuten später dann diese Flanke auf der Anseli Davi, also, der Kommentator bei VfB-TV sagte, er hätte einen Traumeinstand gehabt und ich schließe mich da an. Also, mit dem Traumeinstand, da gehe ich noch mit, für mich war das eine gute Partie, nicht mehr, nicht weniger, ja, er hat die Vorlage geliefert, das war gut, er hat eine gute Passquote gehabt mit 93 Prozent angekommenen Pässen, insgesamt hat er 28 Pässe gespielt, das sind nicht so viel, aber wie gesagt, entscheidend ist, dass die Bälle auch ankommen, das war ja in letzter Zeit häufiger ein Problem, er hat zwei wirklich wichtige Pässe gespielt, die Chancen ermöglicht haben, bei seinen Flanken kann er noch ein bisschen besser werden, da kam nur eine an, Gott sei Dank hat die dann auch zum Tor geführt, von daher sind wir wieder, im Endeffekt, ja, es ist dasselbe wie bei Philips, ja, was du gesagt hast, dann braucht er halt 25 lange Bälle, wenn davon vier ankommen und zwei zu Tor führen, ist das okay, aber was man jetzt wirklich mal hier herausstellen muss, wir haben in letzter Zeit immer wieder kritisiert, oder vor allem ich, dass er zu häufig den Ball verliert und das war in dem Spiel absolut nicht der Fall, denn insgesamt hat er mit sieben Ballverlusten ich glaube mit die wenigsten gehabt an der VfB-Spieler, also da hat er sich deutlich gesteigert und er wirkte für mich auch, also sofern ich das beurteilen kann, etwas konzentrierter, fokussierter und nicht ganz so schludrig wie in den letzten Spielen, also da wirkte das manchmal so, als ob er auch, interpretiere ich da vielleicht zu viel hinein, aber nicht so richtig mit sich selbst zufrieden war, ich kann es gar nicht richtig beurteilen, also er hat dann oft die falschen Entscheidungen getroffen, ja, ich weiß nicht, war sehr unzufrieden mit seinen Leistungen und das war tatsächlich so. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die einzige Statistik, die wir jetzt nicht zur Hand haben, in wie vielen Spielen Philipp Förster in der Vergangenheit in der Startelf stand und, aber ich glaube, das war jetzt, ja, tatsächlich eine seit langem, in dem das nicht der Fall war und ja, vielleicht hat mir das so ein bisschen gut getan, das ist ja echt die Frage, also sieht ein Materazzo das, dass man vielleicht Philipp Förster auch mal nicht von Anfang an bringen muss oder kriegt das über irgendwelche anderen Schwingungen, Kanäle oder wie auch immer mit, aber ja, die Entscheidung war richtig und dass er dann doch relativ früh rein musste, hat sich dann im Endeffekt auch als, ja, glückslos dargestellt und ja, insofern alles, alles gut und Philipp Förster konnte sich bei mir und vielleicht auch bei dir und bei vielen VfB-Fans so ein bisschen rehabilitieren. Also Philipp Förster hat bislang alle Spiele, die er machen konnte von Beginn an beim VfB-Spiel. Echt? Wann kam denn der zu welchem Spieltag? Sein erstes Spiel für den VfB hat er gegen Regensburg gemacht. Und das war der? Sechste Spieltag. Sechste? Sechste, okay. Das war sein erstes Spiel für den VfB von Beginn an, hat er auch gut gespielt, hat dann wirklich gute Spiele gezeigt gegen Fürth, direkt ein Tor gemacht. Ja, fast immer gut gespielt, du hast irgendwie so gemerkt, okay, die Entscheidungsstärke und irgendwie so im entscheidenden Moment den richtigen Pass zu spielen oder auch abzuschließen, das ist halt nicht so unbedingt seins. Ja, genau. Und das wurde eigentlich gegen Ende der Hinrunde immer eklatanter, auch wenn er dann gegen Nürnberg getroffen hat und auch davor gegen Karlsruhe, aber das waren auch schon Spiele, hat er mir nicht so gut gefallen. Ja, aber du erinnerst dich gegen Nürnberg, der Abschluss halt komplett in die Mitte, also, dann ist es halt blöd, einen Spieler zu kritisieren, wenn er ein Tor geschossen hat, aber der Abschluss war halt einfach nicht gut und auch gegen Heidenheim, der Pass auf Gommes war nicht gut, also, schwierig. Ja, und also, um das jetzt festzuhalten und um die Statistik jetzt doch anzubringen, weil du gesagt hast, die hätten wir nicht, natürlich haben wir die, das war das erste Spiel, das war das erste Spiel, seitdem Philipp Förster beim VfB ist, das er nicht von Beginn an absolviert hat. Also, es gab natürlich das Spiel in Hannover, da fehlte er aber wegen einer Gelbsperre, also, ansonsten war Philipp Förster immer in der Startelf beim VfB, das erste Spiel, da kam er von der Bank und selbst da hat er es auf 50 Minuten Einsatzzeit gebracht, also, er ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Nee, das ist jetzt mal so stehen. Unzu konstant, ja. Ja, also, wie gesagt, das war eine gute Leistung von ihm und, ja, ich habe ihn zuletzt kritisiert, deswegen muss man an der Stelle auch mal etwas loben, wenn es gut ist. So, dann die zweite Halbzeit, das war dann schon schwierig, muss ich sagen und ich habe mir die heute geschenkt, also, ich habe ja, wie gesagt, das Spiel nicht gesehen und ich habe es nur die erste Halbzeit gehört, die zweite Halbzeit, glaube ich, nur den Anfang, weil dann sind wir, haben wir versucht, vom Gründen runter zu rodeln bis zum Parkplatz, was so zu 80 Prozent gelang, aber da habe ich echt relativ wenig von mitbekommen, habe mir das Tor von Mario Gomez da nochmal kurz vor Schluss in der Zusammenfassung angeguckt, hatte aber dann das Gefühl, dass ich mir die zweite Halbzeit nicht nochmal komplett im Reelive angucken muss, weil sie jetzt nicht so überragend war. Also, was mir nicht gut gefallen hat in der zweiten Halbzeit, ist, dass man nicht mehr so zielstrebig nach vorne gespielt hat, das war in der ersten Halbzeit auch nicht immer der Fall, aber man hat es aus meiner Sicht zu sehr versucht zu kontrollieren, das Spiel, also das erinnerte dann zeitweise schon auch an Walter Ball, natürlich aus einer anderen Position heraus, man führte 2 zu 0, keine Frage, aber du hast ja gesehen, und da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, in der 77. Minute hat Testrot dann eine Riesenchance, wenn die reingeht, da musste plötzlich wieder zittern, und die Davi hat das glaube ich auch ganz gut beschrieben, der dann meinte, ja dann kriegst du plötzlich in der 90. Minute das 2 zu 2 und jeder fragt sich, wie man das Spiel jetzt eigentlich noch abschenken konnte. Und genau das ist das, was mir hier fehlt, was man in Bielefeld sieht, was man auch mit Abstrichen beim HSV sieht, da wird nicht nach einem 2 zu 0 zurückgesteckt. Ja, die spielen halt weiter. Du merkst hier, dass sich auf jeden Fall im Spiel was verändert hat. Ganz, ganz eklatant sieht man zum Beispiel an den Torschüssen. In der ersten Halbzeit schießt der VfB 14 Mal aufs Tor, in der zweiten Halbzeit nur noch 5 Mal. Und es war jetzt nicht so, dass Aue irgendwie wahnsinnig aufgedreht hätte. Also das konnte ich nicht erkennen. Also es war halt einfach so, dass der VfB zufrieden war oder die Mannschaft war zufrieden mit diesem Ergebnis und man war nicht mehr ganz so risikobereit und damit meine ich natürlich auch nicht, man soll jetzt nach vorne stürmen und hinten alles aufmachen, aber so ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätte ich mir dann schon erhofft. Also das war für mich in der zweiten Halbzeit insgesamt zu wenig. Ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Eigentlich muss es ja von den Spielern selber kommen, dass sie dann nicht zurückstecken. Ja, der Trainer hätte vielleicht aus meiner Sicht noch ein bisschen früher wechseln können. Ich fand den Wechsel Al-Ghadoui für die Davi etwas zu spät. 84. Minute. Vielleicht hätte man da schon früher reagieren können. Aber nichtsdestotrotz gehen wir noch ganz kurz die Chancen und das Tor durch. Also ich lasse jetzt einfach mal die Davi-Chance außen vor. Da gab es so eine Freistoß-Chance, die er hatte. Die wurde ein bisschen größer gemacht aus meiner Sicht, als sie dann letzten Endes war, weil der Ball, der war jetzt nicht besonders knapp irgendwie an den Pfosten geschossen oder so, sondern es war schon ein Ball, den der Torwart einfach halten muss. Deswegen geht es ziemlich so aufblasend, die Situation. Aber es gab noch eine tolle Situation, da flankt die Davi von rechts. Und Sören Gontor ist eigentlich bei Gommes, verliert dann aber den Luftzweikampf. Und Gommes hat eine Chance, ich glaube in der 67. Minute zum 3 zu 0. Und das war zum ersten Mal in diesem Spiel, wo man wieder diese Stärken von Gommes gesehen hat. Also der sich irgendwie immer gegen seine Gegenspieler so zu wehr setzen kann. Und ich weiß noch, als der junge Gommes beim VfB gespielt hat und sich alle immer gefragt haben, wie der das eigentlich macht, dass er sich da durch den Strafraum irgendwie durchschlängelt, weil der sieht manchmal so ein bisschen unbeholfen und ungeschickt aus, aber irgendwie gelingt es ihm immer diesen Ball zu behaupten und dann aufs Tor zu bringen und hier konnte man das so ein bisschen wieder sehen, zum ersten Mal dann auch in dieser Partie, weil Gommes hatte jetzt hier nicht seinen stärksten Auftritt. Er hatte ja andere Aufgaben in diesem Spiel und war jetzt nicht derjenige, der ständig irgendwie große Torchancen hatte oder so. Ja, 19 Kontakte insgesamt sind natürlich nicht so viel. Ja, nur sieben Pässe ist auch, wenn man sich so überlegt, du berührst 19 Mal den Ball, davon lasst es sieben Mal passen. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse er jetzt hatte, das habe ich mir nicht notiert, ich glaube es waren vier oder fünf. Ja, war jetzt nicht der schönste Nachmittag bis zu seinem Tor für Mario Gommes. Ja, aber ich dachte auch so, dass das 1-0 von Didavi war eigentlich so ein klassisches Gommes-Tor und wenn man sich es genau anguckt, also Gommes steht halt glaube ich irgendwie einen halben Meter neben Didavi, also er ist schon da, wo er hingehört und wo der Ball halt hinkommt und wenn der Ball halt minimal anders irgendwie, dann von Ned Phillips in Fünfer kommt, dann steht da auch Mario Gommes, also insofern, ja, er ist halt glaube ich einfach der Spieler, bei dem du dir nach 90 Minuten dann die Statistiken anguckst und denkst, wie um Gottes Willen so wenig Ballkontakte und so wenig Pässe, wie um Himmels Willen konnte er denn zwei Tore machen, also diesmal war es nur eins, aber jetzt auch das 1-0, also er steht halt genau da, wo es heiß wird und wir hätten halt genauso reinmachen können. Übrigens der von mir gerade angesprochene Sören Gonter, der den Zweikampf gegen Mario Gommes verloren hat, der hat einen rahmenschwarzen Tag erwischt, sehe ich gerade, er konnte nämlich keinen seiner Zweikämpfer an diesem Nachmittag gewinnen. Oh, das ist natürlich für einen Innenverteidiger nicht so gut eigentlich, ne? Ja, 0% gewonnene Zweikämpfer ist schwierig. Das ist halt total tragisch, also da bin ich auch jetzt nicht wirklich traurig. Gut, wir haben es gerade eben schon angesprochen, in der 77. Minute hätte das ja alles nichts genützt, dass der Gonter nicht zweitgeschlagen ist. Da war es dann so, dass der VfB, das war halt so typisch nachlässig verpennt irgendwie die ganze Situation, die Abstände im Mittelfeld passen überhaupt nicht und zum ersten Mal nutzt das Aue aus, ich glaube, es war Jan Hochscheid, der Pascal Testroth, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie das war, der Hochscheid und der Testroth, genau, die spielen Ball weiter und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Spieler heißt, der sollte eigentlich spielen, war aber dann aufgrund eines Effekts nicht in der Startelf, Florian Krüger heißt der, genau, das war der Spieler, der dann angespielt wurde, der bekommt den Ball, läuft Richtung Strafraum, also da gab es so ein paar Situationen, da hätte man vorher erklären können, ich verstehe das dann auch nicht so ganz, wie man da so große Abstände im Mittelfeld lassen kann, eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen, ja gut, er kommt dann zum Abschluss, Krubel lässt das Ding prallen, Philipps kann die Situation dann eigentlich klären, das gelingt ihm aber auch nicht so richtig, hier muss er sich besser, cleverer anstellen und so kommt es dann, dass der Ball irgendwie bei Testroth landet und das ist dann eigentlich die Riesenchance aus 10 Metern, die muss er machen und da muss man froh sein, dass Stänze das Ding noch so ein bisschen wegblockt, ansonsten steht es hier glaube ich 2-1 und dann wird es halt wirklich wieder so diese ungemütliche Schlussphase, also das ist das, was man dem VfB definitiv vorwerfen muss und da muss man irgendwie die Sinne schärfen, also dass man jetzt nicht aus diesem Spiel rausgeht und sich dafür feiern lässt, dass man jetzt zum fünften Mal in Folge zu Hause drei Tore schießt und Mensch, super wie es ja gerade läuft, wenn man die Spiele jetzt mal so nimmt, ja, wir haben es ja gerade eben schon mal besprochen, auch bei Förster, wenn wir jetzt nur die Heimspiele nehmen, das waren trotzdem irgendwie enge Dinger, möchte ich sagen, also gegen Dresden stand es lange 2-1, da waren wir uns nicht sicher, gewinnen wir das Ding jetzt oder ja, gibt es noch den späten Ausgleichstreffer von Dynamo, haben wir spät das 3-1 gemacht, gegen den KSC, war es zwar insgesamt, würde ich sagen, schon souverän, aber man tat sich dann auch ein bisschen schwerer, vor allen Dingen nach diesem Osnabrück-Scheißspiel da, als man 1-0 verloren hat, merkte man diese Verunsicherung der Mannschaft und man hat da so ein bisschen von profitiert, dass das Spiel irgendwie ja unter merkwürdigen Umständen stattfand, also die Fans des KSC waren ja nicht im Block oder ja, überhaupt im Stadion und am Ende steht zwar ein klares 3-0, aber in meiner Erinnerung war das Spiel auch nicht so dominant vom VfB Stuttgart. Nee, das nicht, aber jetzt KSC Nürnberg-Heidenheim war schon relativ souverän. Gut, ich will ja nur den Mahner hier geben, weil ich finde, das ist mir schon wieder zu viel. Du suchst doch nur das Haar in der Suppe. Nee, aber das muss man ja auch ständig. Wir haben halt noch keinen 4-0, 5-0, 6-0 und wo du dann nach 50 Minuten sagen kannst, okay, jetzt könnte ich theoretisch nach Hause gehen, weil das ist auch gegen Aue nicht der Fall gewesen. Wenn du 2-0 führst und kriegst dann halt irgendwie noch einen Gegentreffer, dann wird es natürlich nochmal spannend. Und so, wir haben schon souveräne Heimsiege gehabt, aber keine super, super, super souveränen Heimsiege. Also das ist halt einfach so. Du musst halt so sehen, der VfB hat hier drei Großchancen gehabt und die haben sie genutzt. Und das ist auch gut, also es gab dann zwar noch so zwei, ich würde mal sagen, so Halbchancen, die hätten auch ins Tor gehen können. Also gerade in der 88. Minute nochmal die Chance für Gomez als Carasor verlagert. Einen tollen langen Ball auf die rechte Seite und das hast du jetzt leider nicht gesehen, glaube ich, in der 88. Minute. Nee, das habe ich nicht mehr gesehen, das stimmt. Also ich empfehle dir, schau dir das einfach nochmal an. Dann guck ich die letzten zehn Minuten nochmal an, glaube ich, oder? Ja, die letzten drei reichen. Also der Ball von Carasor ist toll, keine Frage, aber dann musst du sehen, wie Silas den Ball annimmt. Also es ist ein ganz normaler, langer Ball von der linken auf die rechte Seite und Silas stoppt den Ball mit der Hacke hinter seinem Standbein. Da denke ich mir einfach, der Junge ist, einfach, finde es einfach geil. Also wenn du dann so eine Nummer bringst, habe ich natürlich auch schon bei anderen Spielern gesehen, aber meistens, oder in seltensten Fällen trugen die ein Trikot mit dem Brustring. Von daher konnte ich mich da schon so ein bisschen dran aufgeilen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das ist ja gar keine Frage, dass Silas, also vor allen Dingen oder zumindest in der Zweitliga, eine absolute Waffe ist durch seine Geschwindigkeit und durch seine Spielweise. Also ich glaube, er weiß selbst nicht, was er mit dem Ball macht und deswegen, wie soll es der Gegner wissen halt? Der ist so schnell und man sieht ja, er bringt halt immer wieder Unruhe in die Defensive des Gegners. Also ich habe das gegen Aue sehr genossen, was er mit dem Ball gemacht hat. Im Zirkus gibt es doch immer diesen ungeschickten Clown, der trotzdem die ganzen Teller jongliert. Genau, genau. Und das ist für mich Silas. Ihm gelingt es irgendwie, weiß ich nicht, 35 Teller zu jonglieren, so richtig weiß er nicht wie und man denkt jedes Mal, jetzt fliegen alle Teller runter, aber dann landet das Ding bei Mario Gomez, so wie hier in der 88. Minute. Also er nimmt den Ball. Oder auch vom 2-0 hin. Also Silas kommt ja dann aus der Tiefe des Raumes, läuft glaube ich an zwei Auen einfach mal schlichtweg vorbei. Gegen den dritten verliert er den Ball, aber der landet dann bei Stenzel glaube ich. Der spielt zu Förster, der spielt zu die Darby und das Ding ist halt drin. Und diese Dynamik, dieses Tempo, das hat halt bisher einfach gefehlt und das reicht halt auch in der zweiten Liga, um Chancen zu generieren. Da musst du halt nicht 58 Mal quer spielen, sondern da musst du halt einfach einen Spieler haben, der den Mut hat und das Okay vom Trainer einfach zu marschieren und dann die Defensive des Gegners in Unruhe zu bringen und dann reicht das halt, wenn du jemanden hast, der dann auch einen guten Pass spielen kann. kann und das fand ich halt wirklich sehr beeindruckend und wie gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen gegen Aue, aber so Silas, Stenzel und auch González in seiner ja dann doch eher zurückgezogenen Position im Mittelfeld, die haben mir schon sehr gut gefallen. Also die ersten beiden Tore wären ohne Silas nicht gefallen. Einmal holt er die Ecke raus und das andere Mal. Genau, er holt die Ecke raus und dann leitet er den Angriff ein, verliert den Ball, der dann trotzdem bei Stenzel landet, der dann halt diesen coolen Schnittstellenpass spielt zu Förster, der dann halt butterweich reinflankt. Also, nee, und solche Spieler brauchst du halt einfach in der zweiten Liga, weil die das Potenzial haben und die Qualität haben, einfach besser zu sein als der Gegner. Der ist schneller, der hat eine bessere Ballbehandlung und der sorgt da einfach komplett für Unruhe. Die 88. Minute, die Chance für Gomez möchte ich trotzdem noch ganz kurz abschließen. Also, tolle Ballannahme von Silas. Dann sofort die Flanke, auch großartig gespielt auf Gomez, der dann wirklich in alter Gomez-Manier, möchte ich sagen, Rasmussen aussteigen lässt und schießt. Und ja, da hat Mendel dann zum ersten Mal gezeigt, warum er laut Kickernoten der beste Torhüter der zweiten Liga ist, weil wie er den hält, ist grandios. Also, ich habe heute mit Marc Nikolaj schlecht ganz kurz geschrieben über diese Situation und er war auch sehr beeindruckt von dieser Parade. Ja, beste Szene für Mendel im Spiel. Und ganz kurz noch was zu Karasor. Von ihm ging ja die Situation aus. Ja, der hat in diesem Spiel die meisten Kontakte gehabt mit 135, hat insgesamt drei lange Bälle geschlagen, zwei kamen an. Aber was auch sehr beeindruckend war, sind 125 Pässe, ja, und das sind natürlich die meisten aller Spieler, also viel mehr geht er fast nicht. Und 96 Prozent kamen an. Also, das ist schon auch sehr beeindruckend. Und, ja, das möchte man ja eigentlich auch von Karasor sehen. Das war ja das, was uns dann auch immer versprochen wurde, ja, dass Karasor unheimlich beisicher ist, gutes Kopfballspiel hat. Ja, also das sieht man jetzt auch hier als Innenverteidiger ganz gut, dass er diese Stärken voll einbringen kann. Und, ja, da sind wir ganz froh, dass er jetzt im Kader steht beim VfB. Hat offensichtlich da eine Position gefunden, für die er eigentlich gar nicht vorgesehen war, aber er macht das richtig gut. Ja, aber das finde ich halt gerade, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für die restliche Saison, dass jetzt Spieler auf Positionen spielen, von denen wir ja bislang gehört haben, dass sie für die eigentlich gar nicht geeignet sind. Also, ein Vataro Endo spielt Innenverteidigung und eigentlich ist er ja viel zu klein und ein Karasor spielt Innenverteidigung, für die er auch eigentlich gar nicht geeignet war. Also, das macht mir Mut. Die arrivierten Kräfte sind derzeit verletzt, nicht einsatzfähig, sei es Kaminski, sei es Kempf. Und jetzt spielen halt Leute, die eigentlich so gar nicht auf der Rechnung waren. Die machen es halt richtig, richtig gut. Und, ja, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung in Pellegrino Matarazzo, dass der den Kader vielleicht einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, effizienter handelt als sein Vorgänger. Ja, das ist gut ausgedrückt, ja. Das 3 zu 0 möchte ich auch noch ganz kurz abfeiern. Also, das möchte ich auch noch mal ganz klarstellen. Du kannst es ruhig abfeiern. ich habe noch gedacht. Ich fand die Tore, wie sie gefallen sind, gerade das 2 zu 0 und jetzt auch das 3 zu 0, was wir jetzt noch besprechen werden, das fand ich richtig gut. Nur, wie gesagt, ich sehe immer noch genügend Punkte, die mir Sorgen machen, wenn es dann eben gegen bessere Gegner geht. Und wir wissen es ja, wie es beim VfB meistens läuft, wenn es einigermaßen danach aussieht, dass es jetzt bergauf geht. Dann lehnen sich immer alle zurück und plötzlich hast du so ein Spiel drin wie gegen St. Pauli, das man halt in der Hinserie wahrscheinlich verloren hätte und jetzt, möchte ich sagen, mit Glück schon verdient, am Ende dann noch einen Punkt geholt hat. Aber ja, solche Spiele, selbst solche Spiele können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Wir müssen jetzt mal so eine Serie hinlegen, 4, 5, 6 Spiele in Folge gewinnen. Ansonsten wird es halt echt ein Problem mit Platz 2. Genau, also ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass der Gradmesser für den Saisonverlauf des VfBs ist nicht mehr das Spiel am Samstagmittag um 13 Uhr bei bestem Januar, Februar, Februarwetter, sorry, vor 50.000 auf irgendwie englischem Rasen, sondern der Maßstab sind dann echt die Auswärtsspiele. Auf Beton. Genau, bei St. Pauli auf irgendwie Matsch oder dann in Bochum, keine Ahnung, wie da der Rasen aussieht, aber das sind die Gradmesser, also die Heimspiele, das ist die Pflicht und die Auswärtsspiele, das ist die Kür, aber auch die musst du halt erfolgreich bestreiten und das ist der Maßstab, weil das die Heimspiele gegen Erzgebirge Aue und gegen Heidenheim gewonnen werden, das ist halt nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit, wenn du aufsteigen willst und jetzt die Auswärtsspiele, das ist halt das, worauf es jetzt wirklich ankommt. So sieht's aus und wie gesagt, jetzt noch das 3 zu 0, kurz erklärt, schöne Ballstaffette zwischen Al-Gadoui, Endo, Mangala und Förster. Am Ende ist es Förster, der den entscheidenden Pass auf Al-Gadoui spielt, der könnte dann eigentlich aus 5 Metern direkt aufs Tor zimmern, aber spielt ab zu Gomez und der trifft aus 7 Metern zum 3 zu 0. Das war einfach, ja, zum einen von Al-Gadoui natürlich richtig gut gemacht, dass er das Auge noch für den Mitspieler hat, wurde ja danach auch immer wieder gelobt, aber für mich gehört das eigentlich dazu, dass man den besser positionierten Spieler dann anspielt, aber gut, einfach ein richtig toller Spielzug und ja, sowas möchte ich gerne häufiger sehen und dann bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz so skeptisch. Aber das war, ja, sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Keine Frage. Gut, 5 Spieler, über die wir sprechen müssen, überraschenderweise sind es nur VfB-Spieler heute. Neu, okay. Und loslegen möchte ich mit Daniel Didar, wie der vielleicht sein bestes Spiel in der Saison gezeigt hat, 2 Tore erzielt hat, 4 Torschüsse insgesamt abgegeben hat, 3 Dribblings versucht hat, 3 davon erfolgreich, 94 Ballkontakte, 32 Pässe, davon 2, wie gesagt, wichtige Chancen kreierende Pässe, möchte ich mal sagen, insgesamt 17 Ballverluste, aber wir haben den Daniel Didar wie gesehen, ähnlich wie wir jetzt von Gommes ja in letzter Zeit vielleicht auch so ein bisschen gesprochen haben, den man sich erhofft hat in der 2. Liga, dass er eben der Spieler ist, der den Unterschied macht, der Chancen kreiert, der Chancen verwandelt, der auch eine gewisse Gefahr darstellt, der einfach sich abhebt von den anderen 2. Liga-Spielern. Und man konnte das in der Hinserie schon leicht erkennen, dann hat er sich leider Gottes verletzt, aber ich fand, das Spiel jetzt hat unterstrichen, dass Daniel Didar wie einfach den Unterschied ausmachen wird, behaupte ich jetzt, warum der VfB am Ende direkt aufsteigt. Also das ist für mich einfach eine Qualität, die er immer noch mit bei 30 Jahren oder vielleicht sogar schon 30, ich weiß nicht, 29 ist der, glaube ich, aktuell, die er da mitbringt, die ist einfach Gold wert. Toller Fußballer. Nee, und ich finde vor allem, hast du auch gesehen, dass er, das ist ja bei einem, wenn man ihn jetzt Fußballkünstler nennen mag, auch so entscheidend ist, ob er Bock hat oder nicht. Und er hat halt gerade definitiv Bock, auch unter dem neuen Trainer. Da gab es er dann relativ früh im Spiel die eine Situation, wo er irgendwie links auf dem Flügel noch um den Ball kämpft und dann auch wieder den Mijojevic oder Mijojevic irgendwie dann umgrätscht, kriegt sogar Gelb, ich weiß es gar nicht. Wie Gelb hat er nicht bekommen? Aber, also er hat, glaube ich, auch Ball gespielt und dann gibt es aber das Foul gegen ihn und, aber da hat man auch gesehen, hey, der geht in den Zweikampf, der will unbedingt den Ball haben und, ja, und dann alleine für den Pass auf Stenzel in der irgendwie 20. 22. Minute vor dieser Riesenchance für Pascal Stenzel allein dieser, dieser Schnittstellenpass, der rechtfertigt ja schon 90 Minuten Spielzeit, weil der war einfach grandios und ich finde, also auch das, was ich gegen Aue gesehen habe, hat ja auch gezeigt, dass die Davi jetzt wirklich so als klassischer Spielmacher wieder auf dem Platz steht, die Bälle gut verteilt, auch riskante Pässe spielt, vertikale Pässe, Diagonalpässe, Schnittstellenpässe und, ja, das macht dann einfach Spaß und dann kann er seine Stärken komplett ausspielen und ich glaube, das macht den VfB auch stärker, wenn er halt nicht nur, ja, kurz und quer spielt, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen riskant spielen darf und das war von ihm schon richtig, richtig gut. Keine Frage, absolut richtig. Kurz zur Vervollständigung noch, Dani Di Davi ist noch 29. hat aber in 11 Tagen, Wann dürfen wir gratulieren? In 11 Tagen, am 21. Februar wird Dani Di Davi 30er halt. Das machen wir dann, okay, okay, okay. Genauso halt wie deine Partnerin, das ist ja zu weit. Genau. Ja, gut, dann, Dani Di Davi habe ich natürlich nicht nur auch, oder nicht nur aufgrund seiner zwei Tore hier bei den fünf Spielern, über die wir sprechen müssen, mit eingefügt, sondern weil ich mir auch mal überlegt habe, wir sprechen oft schlecht über die älteren Spieler, warum nicht mal positiv über die älteren Spieler sprechen, deswegen ist der zweite, den ich hier ganz kurz anführen möchte, Mario Gomez, vorn leicht kritisiert, ich habe gesagt, es war jetzt nicht sein allerbestes Spiel, aber nimmt man jetzt rein die statistischen Daten, war es vielleicht dann doch ein gutes Spiel von Mario Gomez. Zwar hat er insgesamt nur 19 Ballkontakte gehabt, hat aber immerhin ein Tor erzielt und 100% seiner Luftzweikämpfe gewonnen, immer ganz wichtig, konnte da dann halt als Wandspieler fungieren, ablegen, konnte natürlich dann auch mit seiner Präsenz, denke ich mal, auch Räume öffnen, die dann andere Spieler nutzen konnten, er hat auch interessanterweise zwei lange Bälle gespielt, die sind mir zwar nicht aufgefallen, aber die sind beide an den Mann gekommen, also weiß ich nicht, was er da gemacht hat, wer hat er zurück zu Kobel gespielt, keine Ahnung, aber trotzdem, also auch vier Torschüsse, das ist in Ordnung, also im Endeffekt ist es ja genau das, was wir von Mario Gomez erwartet haben, dass wenn er seine Chance bekommt, dass er die nutzt und das ja halt regelmäßig für den VfB trifft, das fehlte uns in der HIN-Serie und ich erinnere da auch nochmal an die Ausgabe kurz vor Restrundenstart, als wir gerätet haben, wer soll eigentlich die Tore schießen? Ja, und wir haben beide gesagt, der Gomez, den kannst du eigentlich vergessen, das wird nichts mehr. Jetzt beweist er genau das Gegenteil, aktuell scheint er wirklich gut drauf zu sein und wenn man jetzt mal die, ja, unglücklichen Spiele vor der Winterpause noch mit reinnimmt, dann muss man sagen, ist Gomez momentan schon richtig gut unterwegs, also der weiß schon, wo das Tore steht, wie man so schön sagt. Das macht er richtig gut. Genau, aber ich habe auf die Frage, wer soll eigentlich die Tore schießen? Ich hatte jetzt gestern mal geguckt, habe jetzt glaube ich das meiste schon wieder vergessen, aber Gomez 5, Didavi 5, Silas 5, Al-Gadoui 5 und Gonzales 6, glaube ich, ne? Und wenn man so die Offensivreihe dann kumuliert, dann gibt das ja auch schon wieder ein relativ gutes Bild. Klar hättest du irgendwie gern Stürmer, der zweistellig trifft, aber ja, jetzt haben wir dann auch irgendwie 5 oder 6 Spieler, die halt dann doch solide treffen, das ist ja auch schon wieder ganz okay dann. Absolut, also damit kann ich auch leben und Gomez kann gerne weiterzumachen, also ja. Einer der auch. Wir haben jetzt auch schon gesagt, er hat irgendwie im Jahr 2020 schon mehr Zweitligatore geschossen als 2019, dabei bleibt es natürlich, ne? Also der Mann ist on fire, also. Ja, das stimmt, also es wird so bleiben, da hast du recht. Noch ein älterer Spieler, den ich hier mit reingenommen habe, Gonzalo Castro, auch über den wird dann und wann geschimpft, auch zu Recht, jetzt aber wieder mit einer guten Leistung, auch schon in Leverkusen mit einem soliden Spiel, jetzt hier auch 42 Ballkontakte insgesamt. Ich habe nur gegen Leverkusen gesehen, wie er da in 16er reingeht und dann gegen Weiser ins Dribbling geht. Das ist doch nicht der unser Castro, Gonzalo Castro, oder? Das muss irgendwie anders sein, aber das wäre sensationell, also der ist auch auf dem Aufsteigen erst auf jeden Fall. Ja, und auch gegen Aue mit einer guten Partie, nur neun Ballverluste, auch das war schon ganz anders in der Hinrunde, hat er auch häufig die Bälle verloren. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass er der Spieler ist, der die meisten, ja, entscheidenden Pässe spielt, die meisten Chancen kreiert mit seinen Pässen beim VfB und in dem Spiel hat er nur 22 Pässe gespielt, aber auch davon wieder zwei, die wirklich Chancen oder Räume geöffnet haben und damit Chancen dann letztendlich schon ermöglicht haben für den VfB. Dann kommt dazu, dass immerhin zwei von seinen drei Flanken ankommen, ja, das ist eigentlich eine gute Quote für Flanken und, ja, ich wollte Gonzalo Castro ja auch mal positiv erwähnen, weil wie gesagt, wir haben so oft über diese Spieler geschimpft und ich bin ja auch weiterhin dafür, dass man eher die Jungen einsetzen sollte, aber auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, dass man das jetzt nicht übertreiben sollte. Also es gab ja dann auch wieder viele, die gefordert haben, Mensch, der Eckloff muss doch eigentlich spielen, weil der Förster so scheiße war in den letzten Spielen, der muss von Anfang an spielen oder er muss wenigstens eingewechselt werden. Ich für mich finde, dass das Matarazzo genau richtig macht, ja, weil es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in Stuttgart gegen Aue in den letzten 20 Minuten reinkomme und wahrscheinlich nicht allzu viel Platz haben werde und so, also ich finde es gar nicht schlecht, wie er es macht und auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass er dann so einen Spieler wie Al-Ghadoui mit berücksichtigt, der ja offensichtlich ziemlich nah an der Startelf dran war, eigentlich war er ja an der Startelf im ersten Spiel gegen Heidenheim, dann da ein bisschen Pech hatte mit seinem Auftritt und jetzt halt ein guter Gommes sich diesen Sturmplatz einfach gesichert hat, trotzdem vergisst ihn Matarazzo nicht, ich glaube, Al-Ghadoui durfte auch nicht in Leverkusen spielen, also das war ja auch für ihn ein wichtiges Spiel, weil er ja eben mal für die zweite Mannschaft von Leverkusen gespielt hat, also das wäre ihm wahrscheinlich auch ganz recht gewesen, wenn er da noch ein paar Minuten bekommen hätte und das ist auch eine Qualität von einem Trainer, dass er sowas auf dem Schirm hat und sagt, komm, Egloff wurde in Leverkusen beschenkt, heute kriegt Al-Ghadoui seine Möglichkeit und wie gesagt, Egloff, der ist so jung, also der wird uns noch viel Freude machen, der wird uns wirklich noch viel Freude machen, wir müssen da jetzt wirklich nicht jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, den Jungen irgendwie immer bringen und also ich finde das okay, so wie es läuft, für mich ist es wichtig, dass er in der ersten Mannschaft mittrainiert, für mich ist es wichtig, dass er natürlich auch nah dran ist an einer möglichen Nominierung, beziehungsweise, dass er dann im Kader steht und dann auch eingewechselt wird, dann und wann, aber ich habe auch kein Problem, wenn Egloff eben mal wieder für die U19 spielt, also... Ne, du darfst den auch nicht verheizen und wenn wir jetzt im nächsten Heimspiel nach 60 Minuten dann irgendwie 3-0 oder 4-1 gegen Regensburg führen, dann kannst du ihn echt gut bringen, aber... Ja genau, auch wenn wir 1-0 hinten liegen, dann ist es ja eigentlich genau der Spieler, der mit seiner... Also nur... Ich weiß nicht, verbessere mich, also ich sehe es halt so, warum sollst du dem Spieler jetzt einfach nur eine Einsatzzeit schenken, weil wir führen und haben eigentlich im Endeffekt kaum noch einen Vorwärtsdrang, weil wir eh schon 3-0 führen und dann bringe ich Egloff. Ja, was soll der jetzt machen? Ne, der Spieler hat seine Qualitäten. Also du wächst den Spieler ja nicht ein, weil er Lee Egloff heißt und 17 Jahre alt ist. Ne, du wächst den Spieler ein, weil er Qualitäten ins Spiel bringt, weil er eine Schnelligkeit mit reinbringt, weil er eine Passgenauigkeit mit reinbringt, weil er schon unheimlich gutes Spielverständnis hat für sein Alter und weil er halt einfach, ja, Torgefahr ausstrahlt oder beziehungsweise Chancen kreieren kann. Dann brauche ich diese Stärken, wenn der VfB einfach ein Tor erzielen muss. Also bringe ich ihn dann rein. So, und das finde ich halt auch wichtig, dass du so einen Einsatz ihm nicht nur einfach so schenkst, so in der Art, ja, jetzt steht es 3-0, hol dir mal kurz den Applaus ab, weil die Leute wollen dich sehen. Ne, der hat genauso Qualitäten wie andere Spieler. Klar, aber du musst halt dann auch Chance und Risiko abwägen. Und ob ich ihn jetzt dann, also ich glaube, ich würde ihn halt eher gegen Aue bringen, wenn du nach 70 Minuten 0-1 hinten liegst, als wenn es 1-1 steht, weil dann hast du wieder was zu verlieren. Aber du hast natürlich recht, du kannst ihn nicht nur bei klaren Führungen reinwerfen, sondern halt auch, wenn du seine Qualität brauchst. Aber jetzt, gerade wenn das Spiel irgendwie spitz auf Knopf steht oder so, weiß ich nicht, ob du da halt dann einen U-19-Spieler halt irgendwie reinwerfen musst. Aber vielleicht ist halt auch irgendwie das, wie heißt das so schön, das Stahlbad, durch den ein Jugendspieler dann gehen muss oder so. Aber klar, natürlich solltest du ihn nicht nur bringen, wenn du halt irgendwie schon mit drei Toren Vorsprung führst. Deswegen fand ich es ja so cool, dass er ihn gegen Leverkusen gebracht hat, als der VfB mit einem Tor zurückkam. Und auch Mola und auch Klimowitz und so. Also das hat mich in meiner Meinung von Matarazzo doch so ein bisschen bestätigt, dass er vielleicht der Richtige sein könnte, den wir jetzt gerade brauchen. Dann kommen wir zu Wataru Endo und ich ziehe das Tempo ein klein wenig an, weil ich glaube, das Segment Nachbesprechung zum Spiel gegen Aue geht schon wieder viel zu lang. Sei es drum, Wataru Endo muss auch schon wieder erwähnt werden. 109 Ballkontakte, nur 8 Ballverluste. Großartig. Also ich weiß gar nicht, was ich über den Spieler noch sagen soll. Der imponiert mir wirklich von Spiel zu Spiel immer mehr. Und natürlich diese lächerliche Ablösesumme von 1,7 Millionen Euro, da lache ich. Also da freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn der hier fest verpflichtet wird. Insgesamt hat er 84 Pässe gespielt, 92% seiner Pässe kommen an. Er hat 5 lange Bälle gespielt, hier kamen 4 an, also auch wieder stark. 3 Klärungen, 2 abgefangene Bälle, also das ist richtig stark. Und jetzt sage ich dir eine Statistik, die hat mich vom Hocker gehauen. Und zwar ist Endo von allen VfB-Spielern derjenige, der die drittmeisten Bälle abgefangen hat. So, es klingt jetzt erstmal, ja gut, drittmeiste, mein Gott, ist ja jetzt nicht so stark, weil es sind ja noch 2 besser als er. Richtig. Und das sind Kämpf und Stinzel. Der Unterschied ist allerdings, dass Endo für die drittmeisten abgefangenen Bälle nur 9 Spiele brauchte. Und Stinzel brauchte 21 Spiele für die meisten abgefangenen Bälle. Und Kämpf 15 Spiele für die zweitmeisten abgefangenen Bälle. Oh, okay. Ja, auch. Also was Endo da abliefert, ist einfach richtig, richtig gut. Und da bin ich ganz bei Sven Mislenthal. Wir wären ja blöd, wenn wir den nicht fest verpflichten würden. Aber ich hebe weiter, mahnend den Zeigefinger und sage, ich würde diese Kaufoption nicht voreilig ziehen, sondern wirklich am letztmöglichen Termin sozusagen. Weil du weißt halt nie, was passiert. Also von daher haben wir ja aktuell keinen Bedarf, da jetzt direkt irgendwie tätig zu werden. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass Vataro Endo fest verpflichtet wird. Und das zu Recht. Gut, willst du noch was zu Endo sagen? Wahrscheinlich ist alles gesagt. Nee, aber also ich, wie soll ich sagen? Ich glaube, du hattest ja Endo auch den, wie hat es denn in der Viererkette gelangen? Nikon Aska Sieber. Und ich dachte, darf ich das sagen? Ich wusste es nicht genau. Aber es ist ja okay. Aber jetzt spätestens nach seinem, jetzt um wieder Instagram-Content reinzuwerfen, nach seinem Instagram-Foto zu seinem 27. Geburtstag, wo er da irgendwie am Küchentisch sitzt mit deinen vier Kindern, dachte ich, ah, der ist halt echt schon super sympathisch. Und ich glaube, wenn ich mir jemals noch mal ein VfB-Trikot von Jaco kaufen werde, dann vermutlich ein Endo-Trikot, dann allerdings den L. Also ich muss sagen, nach der Nummer Mitchell Weiser gegen Gonzalo Castro bin ich dafür, dass du dir eher eine Hose kaufst. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist überragend, oder? Also Wahnsinn. Wirklich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da raus aus Jaco-Stoff inzwischen Sprungnetze baut. Und, weiß ich nicht, Ballschirme. Banschie-Seile vor allen Dingen. Banschie-Seile, Abschleppseile. Alles wird aus Jaco-Hosen in Zukunft gebaut. Wenn ihr euch mal abseilen müsst, müsst ihr aus einem brennenden Haus. Dann seid froh, wenn ihr irgendwie gerade den Trikotsatz zu Hause habt, eures Kindes oder so, dann könnt ihr daraus kurz eine Strickleiter basteln. Gut. Genau, wer es nicht gesehen hat, da gab es einen Zweikampf, Gonzalo, nicht Gonzalo, Nikolaus Gonzales gegen Mitchell Weiser. Und ich glaube, Mitchell Weiser hat Nikolaus Gonzales ungefähr an der Mittellinie an der Hose gegriffen. Und Gonzales lief, glaube ich, weiter bis ungefähr zur 16er-Grenze. Und so weit hat sich die Hose gedehnt. Also das war sensationell. Ja, es war eher ein Zweikampf zwischen Weiser und der Hose von Nikolaus Gonzales. Genau. Und die Jaco-Hose hat den Zweikampf definitiv gewonnen. Absolut. Beeindruckend. Aber Endo, und jetzt musst du wahrscheinlich ganz stark sein, Sebastian, ich sage, Endo ist der bessere Asuka-Siva. Nein, ist er nicht. Ist er. Ihm fehlt so ein bisschen die überbordende Aggressivität. Ja, genau die, auf die war ich immer besonders scharf. Gut. Die Aggressivität, auf die viele verzichten, können ich allerdings nicht, die fehlt ihm noch so ein bisschen. Aber ansonsten gebe ich natürlich recht. Also er ist schon richtig, richtig stark. Und wer auch richtig stark ist und von dir vorhin schon gefordert wurde, dass wir über ihn sprechen, ist Pascal Stenze. Deswegen können wir es hier relativ kurz machen, weil wir ja vorhin schon über ihn so ein bisschen gesprochen haben. Aber auch in dem Spiel wieder, ist egal, auf welcher Position der spielt, er ist immer gut, 92 Ballkontakte, insgesamt auch nur neun Ballverluste. Übrigens, das ist der Schlüssel. Ja, also wir haben in der Hinserie regelmäßig, also hatten die Spieler irgendwie 20 Ballverluste oder so. Jetzt reden wir halt von neun, sieben und sechs. Ja, also das ist halt nahezu lächerlich. Dann auch wieder vier abgefangene Bälle und das habe ich ja vorhin schon gesagt, Platz eins in der internen, oder im internen VfB-Ranking, was das Abfangen von Bälle angeht. Insgesamt ligaweit auf Platz 13, auch das wieder gut für einen Spieler, der ja eigentlich bei einem Top-Team spielt und nicht so oft in die Situation kommt, Bälle abfangen zu müssen. Also kannst du sagen, an Stenze kommst du letzten Endes gar nicht mehr vorbei. Das ist eigentlich, ja, Stenzel spielt wie zwei Spieler. Das macht es einfach immer gut. 62 Pässe hat er in dem Spiel gespielt. Da wissen wir, dass er eine super Passquote hat, 91 Prozent in dem Fall. Also auch das wieder gut. Er hat die beste Passquote aller Zweitliga-Stammspieler, muss man dazu sagen, weil da gibt es natürlich dann immer mal wieder Einwechselspieler, die insgesamt werden, die auf 70 Minuten kommen und deswegen halt noch eine bessere Passquote haben. Aber von den Stammspielern gibt es keinen, der in der zweiten Liga eine bessere Passquote hat als Pascal Stenzel. Und wir haben vorhin über Nathaniel Phillips gesprochen, der viele lange Bälle nach vorne schlägt und versucht, irgendjemanden zu erreichen. Und du hast gesagt, Mensch, dann schlag er zehn Bälle und wenn dann zwei ankommen, ist doch cool. Jetzt sage ich dir, was Stenzel so macht. Der schlägt zehn Bälle und acht kommen an. Holy shit. Okay. Das ist ziemlich gut. Ich würde mal sagen, lieber Herr Missentat, bitte öffnen Sie die Bank. Ich möchte auch Pascal Stenzel fest verpflichten. Gut. Ja, muss man schon sagen. Die Leihspieler, also sei es Kobel oder Endo, den man dann fest verpflichten kann oder auch Stenzel, also die haben schon eingeschlagen. Jetzt haben wir vorhin, oder ich habe gesagt, so richtig traue ich dem ganzen Ding noch nicht und ich hebe mahnend den Zeigefinger und sage, hey, so gut war es nun wirklich noch nicht. Also kommt mal wieder auf den Teppich. Und wir wissen ja, unter VfB-Spielern ist es eigentlich immer verbreitet, Niederlagen besonders klein zu reden und sie besonders groß. So, und umso wohltuender war das Interview von Daniel Didavi nach dem Spiel, denn der sagte folgendes, wir haben nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut. Uns fehlt es noch an der Schnelligkeit und Zielstrebigkeit. Aber wenn wir unsere Heimspiele weiter gewinnen und auch auswärts endlich mal was holen, führt kein Weg an uns vorbei. Außerdem sagt er über die Auswärtsschwäche, die Spiele haben immer Pokalkarakter, die Plätze sind meistens schlechter, der Gegner noch einen Tick aggressiver, da müssen wir uns definitiv steigern. Und ja, ich kann einfach nur sagen, genau das sind Aussagen, die ich aus so einem Spiel hören möchte. Ja, man schätzt die Lage, also wenn man Daniel Didavi heißt, offensichtlich sehr richtig ein. Ich hoffe, dass er inzwischen nicht nur weiß, was er sagen muss, sondern dass er das auch glaubt. Und dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, was das Spiel gegen Bochum angeht. Ja, aber das klingt schon anders, als in Mainz muss man nicht gewinnen. Also ich glaube, wir haben schon viele oder vielleicht auch alle Spieler auf dem Platz, die wissen, was die Stunde geschlagen hat und dass man sich ja, auch ein Unentschieden dann auf St. Pauli nicht schönreden sollte, sondern dass man einfach weiß, dass man eigentlich jedes Spiel gewinnen muss und auch mit dem Heimsieg gegen Aue ja, dann schon zufrieden sein darf, aber auch den Blick dann wiederum aufs nächste Auswärtsspiel richten muss und dann so auftreten muss, dass man auch in Bochum dann gewinnt, weil sonst, ja, sind die Heimsiege halt schön und Erster in der Heimtabelle super, aber es reicht halt einfach nicht zum Aufstieg, wenn du diese Heimsiege dann nicht auswärts auch veredelst. So sieht's aus und jetzt kommen wir zu dem Spiel gegen Bochum am kommenden Montag, da wird's dann wieder heißen, Du bist keine Schönheit, vor dem Spiel zumindest und zwar von Herbert Grönemeyer gesungen, übrigens, wenn diese Spiele an einem Freitagabend oder an einem Samstag oder Sonntag stattgefunden hätten, wäre ich auf jeden Fall hingefahren, weil ich schon noch mal gerne, ja, ein Auswärtsspiel in Bochum miterlebt hätte, aber Bochum 20-30 an einem Montag, ja, das mach ich nicht mit, also irgendwo ist auch mal gut. Stand heute, Stand heute spielen wir gegen den Tabellen 14. Das ist noch nicht ganz sicher, ob das dann auch so bleiben wird, denn aktuell spielt Kiel gegen St. Pauli, da steht's auch genau jetzt gerade 1 zu 1 und damit spielen wir nächste Woche gegen den Tabellen 15. Also so schnell ändert sich das Ändern. Also die haben Druck auf jeden Fall, ja. Ja, ja, da kommen wir jetzt nämlich drauf zu sprechen. Bochum, ja, wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, und das geht eigentlich komplett an uns vorbei, gefühlt, dass in Bochum wirklich so richtig, ja, die Kacke am Dampfen ist und dazu möchte ich jetzt so ein bisschen referieren, ihr kennt das ja schon, ich hoffe, euch gefällt das auch, diese Gegner-Vorschau und das ist eigentlich nicht zu viel, sollte es der Fall sein, wie immer die Aufforderung, schickt uns einfach einen Tweet at vfbstr oder schreibt uns auf Instagram an at vfbstr oder auf Facebook. Ich weiß, da sind wir nicht allzu aktiv, aber ich weiß auch gar nicht, was ich posten soll. Also macht doch Vorschläge. Also wir können gerne Dinge posten auf Facebook, aber ich denke mal, ich möchte ja niemanden nerven. Katzenbilder, Allgäu-Fotos, also wir haben da ein großes Repertoire. Also ich versuche mir jetzt auch auf Instagram ein bisschen mehr Mühe zu geben, aber auch da denke ich immer, die ganzen Storys, die nerven doch die meisten Leute nur, aber ich glaube, ich wage mich da ein Stück weit aus der Deckung. Sebastian, wir hauen da in Zukunft ein paar Dinge raus. Wir machen da mehr Content und überhaupt. Immer mehr, noch mehr Content. Content, 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 Drei Folgen STR pro Woche. Nein, natürlich nicht. Gut, also kommen wir zum abstiegsgefährdeten VfL Bochum, das kann man schon sagen. Die letzten zehn Spiele liefen für Bochum wie folgt. Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, also eher durch Wachsen, würde ich mal sagen. Zu Hause, muss man aber gleich sagen, sind sie gar nicht so extrem schlecht. Und vor allem, und das sollte uns zu denken geben, haben sie beide Absteiger, die sie bislang zu Hause vor die Flinte bekommen haben, besiegt. Also unsere Mitabsteiger Hannover und Nürnberg haben beide in Bochum verloren. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dann... Wobei man da ja kurz einschränken muss, dass Nürnberg und Hannover auch auf den beiden Tabellenplätzen knapp über Bochum aktuell residieren. Ja, also keine Frage, das ist jetzt nicht mit uns zu verbrechen. Also Hannover ist Punkt, also die sind, na, zwei Punkte vor Bochum beide, ne? Ja, das Ding ist vor allem, wenn ich jetzt gerade so gucke, die Heimstatistik von Bochum ist auch sehr interessant. Also sie haben, wie gesagt, gegen Hannover und gegen Nürnberg gewonnen und dann nur noch ein weiteres Heimspiel. Ansonsten sechsmal unentschieden und zwei Niederlagen. Und die zwei Niederlagen, das waren die beiden letzten Spiele zu Hause. Also, ähm, die waren eigentlich die komplette Hinserie zu Hause ungeschlagen, sehe ich jetzt, und haben dann praktisch die letzten beiden Spiele verloren. Ja, also sind zu Hause bislang eigentlich ganz ordentlich unterwegs gewesen, möchte ich mal so sagen. Äh, insgesamt trotzdem schon acht Niederlagen in dieser Saison. Und, ähm, ja, vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel, das jetzt gestern am Sonntag stattfand, dass sie knapp mit 1-0 gewinnen konnten, äh, haben sie auch dreimal in Folge verloren. Also, da ist die Tendenz wieder so ein Stück weit, ähm, ja, die zeigt nach unten, nachdem es ja da, ja, jetzt inzwischen schon den dritten Trainer in dieser Saison gibt. Aktuell ist Thomas Reis Trainer beim VfL Bochum, das war der Nachfolger von Heiko Butscher, der als Interimstrainer zum Beispiel im Hinspiel auf der, also gegen den VfB im Hinspiel auf der Bank saß, der wiederum Robin Dutt beerbte. Nach dessen Fiasko gegen Wien-Wiesbaden, wir erinnern uns, 3-0 zur Halbzeit zurückgelegen, also 0-3. Ja, klar, ja, und dann haben die Spieler gesagt, weißt du was, Herr Dutt, mach mal nur dein E-Sport, wir machen ja selber die Aufstellung und Zaki Bumski stets 3-3. So einfach kann's gehen. Tja, ein mir nahestehender Klub am Neckar, ja, der hätte sich vielleicht auch gewünscht, dass man sich früher von Robin Dutt emanzipiert. Wer weiß, ob dann alles so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist. So lassen wir es jetzt einfach verstehen. So, jetzt wird's aber schon wieder ein bisschen interessant und ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst einflößen, möchte ich was sagen, denn, ich hab ja vorhin schon gesagt, die Bochumer können vielleicht nicht viel besonders gut, aber eins können sie besonders gut, das ist nämlich Tore erzielen. Insgesamt haben sie 34 Tore erzielt und sind damit die vier beste Mannschaften der 2. Liga, was das Tore erzielen angeht. Nur Hamburg mit 45, Bielefeld mit 43 und der VfB mit 37 Toren, sind die Mannschaften, die mehr Tore erzielt haben. Also, wir können uns darauf einstellen, dass Bochum jetzt sich nicht nur als Verteidigung beschränken wird, sondern die werden schon versuchen, auch Tore zu erzielen und vielleicht erinnerst du dich noch ans Hinspiel, da war es ja auch nicht so, dass man sich hinten eingeigelt hat und nichts mehr gemacht hat oder nicht versucht hat, Tore zu erzielen, sondern man hat immer wieder gefährliche Vorstöße unternommen und ja, man hat auf Seiten des VfB Stuttgart auch das ein oder andere Mal großes Glück gehabt. Also, auch dieses Spiel hätte der VfB nicht unbedingt gewinnen müssen, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ich habe vor allen Dingen Gonvula noch in unangenehmer Erinnerung, weil der war brandgefährlich in Stuttgart. Der kommt nachher ganz besonders hier dann noch zum Vorschein. Aber, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann muss es ja auch viel Schlechtes geben, weil ansonsten stehst du nicht so weit unten wie der VfL Bochum und das ist definitiv die Abwehr. 39 Gegentore, das sind die zweitmeisten in der zweiten Liga, nur der KSC hat mehr bekommen mit 41 und insgesamt gab es erst zwei Spiele zu null für den VfL Bochum. Also, auch da, sag ich mal, können wir davon ausgehen, dass man mindestens mal eine Bude irgendwie reinwirken und dann muss man halt gucken, dass man nicht möglichst vielleicht nochmal zwei kriegt oder so. Also, die Chancen gegen Bochum ein Tor zu erzielen sind schon relativ gut, so möchte ich es eigentlich sagen. Genau, die Chancen ein Tor gegen Bochum zu kassieren sind groß und auch die Chancen gegen Bochum ein Tor zu erzielen sind noch größer. Ja, umso interessanter wie wir jetzt zum Beispiel so einen Ausfall von Nico González kompensieren, der sehr wichtig war aus meiner Sicht, auch gegen Auge und Massimo wird fehlen, aber da kommen wir gleich noch beim Startelf-Tipp ausführlicher drauf zu sprechen. Da klaust es mich schon ein bisschen vor, weil ich habe irgendwie gar keine Ahnung mit den ganzen Ausfällen und dem Materazzo-System und so. Ah, das wird spannend. Es ist sowieso spannend beim Startelf-Tipp, das kann ich dir auch schon mal verraten. Jetzt versuche ich so ein bisschen zu erklären, wie Bochum zu spielen gedenkt und zwar versucht Bochum eigentlich schon sehr aggressiv zu spielen. Sie kommen bevorzugt über ihre linke Seite und schießen gerne aus der Distanz. Das liegt daran, dass Grand-Voulin nicht nur ein hervorragender Strafraumstürmer ist, sondern eben auch einen super Schuss hat und gerne auch mal außerhalb des Strafraums einen rauslässt und das gilt es zu vermeiden, möchte ich mal so sagen. Bochums Stärken sind ganz klar die Balleroberung, da sind sie richtig gut, Luftzweikämpfe und die Chancenverwertung. Das ist, ja, das klingt eigentlich überhaupt nicht ein Abstiegskandidat, aber es ist halt so. Der wollte ich ja sagen. Aber sie sind halt gerade durch Grand-Voulin im Luftzweikampf besonders gut und die Chancenverwertung von eben diesem Spieler ist grandios. So, jetzt sind wir wieder bei den Schwächen, die es ja natürlich immer wieder gibt und die liegen relativ leicht zu erahnen natürlich in der Verteidigung, hauptsächlich dann bei Standards, da sind sie sehr, sehr anfällig und das Problem ist, dass sie nicht nur anfällig sind bei Standards, sondern dass sie gleichzeitig auch immer sehr, sehr viele Standards verursachen, einfach an ungünstigen Positionen faulen und sich da nicht immer besonders clever anstellen, möchte ich mal so sagen. Außerdem sind sie anfällig für Angriffe über die Flügel, das sind wir bei dem Thema Gonzales, der uns fehlen wird, aber man hat ja zum Glück noch Silas, der kann da vielleicht wieder sein Können unter Beweis stellen und sie sind auch anfällig bei langen Bällen vom Gegner. Also hier wieder vielleicht Stenzel, vielleicht Philips, die mit langen Bällen die Abwehr der Bochumer so ein bisschen vor Probleme stellen können. Und dann gibt es noch eine Schwachstelle, da müssen wir gar nicht so viel für tun, wir müssen im Endeffekt nur abwarten, Sebastian, denn die Bochumer leisten sich unheimlich viele individuelle Fehler. Also das kennen wir aus der Hinserie, da gab es ja auch einige haarsträubende Fehler in der Defensive und die Bochumer sind da noch schlechter unterwegs. Also wir können so ein bisschen darauf spekulieren, dass der Gegner mehr oder weniger sich einen Ball selber ins Tor wirkt. Das finde ich super. Da bin ich so auch dabei. Ja, also Bochum erinnert mich so ein bisschen an den VfB der vergangenen Saison. Also nicht nur jetzt aufgrund dessen, dass viele Spiele auch so, also natürlich nicht, was die Offensivstärke angeht, da haben wir ja überhaupt nichts gestanden gebracht, aber man stellt sich halt wirklich unglaublich dämlich häufig an und verliert so irgendwelche Spiele, die man gar nicht verlieren muss. Gleichzeitig attestiert ja jeder, dass die Qualität des Kaders viel zu gut ist, um abzusteigen und man hat das Gefühl, dass viele Spieler in der Mannschaft genau das auch denken. Ja, es wird schon irgendwie reichen und so richtig kommen sie da unten aber nicht raus und das ist natürlich eine unheimlich gefährliche Situation und du siehst eigentlich, dass die Mannschaft richtig viel Potenzial hat. Ich denke da zum Beispiel an die wirklich Top-Leistung gegen die Bayern im DFB-Pokal oder gegen den HSV, haben sie auch jetzt am vergangenen Montag ein richtig gutes Spiel gezeigt, führen sogar 1-0 und geben es dann wieder ab, aber die Leistung insgesamt war trotzdem gut. Also Bochum hat schon Qualität im Kader, aber ja, es fehlt immer irgendwie was und so verlieren sie regelmäßig ihre Spiele. Natürlich habe ich mir überlegt, was könnte das sein und ich bin ja kein Bochum-Fan und weiß natürlich nicht so richtig, wie es da aussieht in der Mannschaft, aber Simon Zoller, ja, Simon Zoller ist übrigens der Mann einer TV-Moderatorin, deren Vater ist TV-Moderator. Geil, oder? Ja, also der Mann von, wie heißt sie? Laura von Tora, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, Simon Zoller, der sagte folgendes und das ist sehr interessant, er meinte, wir stecken schon seit einigen Wochen im Abstiegskampf und jetzt kommt's, viele im Team wissen das und warum sag ich das? Ja, also wenn's viele wissen, dann wissen's wahrscheinlich nicht alle und genauso kann man, glaube ich, die Aussage von Simon Zoller verstehen, also offensichtlich scheint es im Team nicht komplett angekommen zu sein, dass man sich hier mit Händen und Füßen gegen diesen drohenden Abstieg wehren muss und da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Nico Willig, das ich vor ein paar Wochen hatte, als er meinte, klippenklar, dass 3 zu 0 gegen Wolfsburg am vorletzten Spieltag in der Bundesliga, das fiel einfach zu hoch aus, weil danach, also das hat der Trainer, der damalige Trainer des VfB Stuttgart so gesagt, weil danach sich einige zu sicher waren, dass man Union besiegen wird. So, und offensichtlich scheint dieser Geist auch in Bochum verbreitet zu sein, dass man ja nur so hoch springt, wie man muss, aber dann trotzdem immer irgendwie stolpert. Also, das müssen wir einfach ausnutzen, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Ja, also wir dürfen Bochum hier nicht die Möglichkeit geben, irgendwie ein Spiel zu finden, Tore zu schießen, Sicherheit zu gewinnen, sondern wir müssen von Anfang an auf dem Platz dann wirklich unsere Stärken zum Vorschein bringen und möglichst schnell ein Tor erzielen, weil dann wird es unruhig, denn die ganze Gemengelage in Bochum ist schon sehr, sehr angespannt. Letzte Woche zum Beispiel gab es bei einem Training eine Aktion von den Fans, die Spruchbänder aufgegangen haben, unter anderem stand auf einem alles geben, klasse halten, also eher motivieren zu verstehen, aber trotzdem passiert da was im Umfeld und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es da früh oder so nach 30 Minuten sag ich mal, schon 2-0 für uns steht, könnte es da sehr, sehr unruhig werden und das könnte uns natürlich dann zugutekommen. Also Bochum scheint momentan stark mit sich selbst beschäftigt zu sein und ja, nochmal, das müssen wir einfach ausnutzen. Punkt. Ja. Hast du irgendwelche Eindrücke von Bochum sammeln können in den letzten Wochen, Monaten? Nee, tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, das ist echt so ein Auswärtsspiel, was du halt als VfB Stuttgart, wenn du aufsteigen willst, unbedingt gewinnen musst. Du hast einen Gegner, der in Abstiegsgefahr ist, bei dem es intern rumort und ja, da müssen wir einfach gewinnen. Und du darfst vor allem auch nicht den Fehler machen, weil ich gerade gesagt habe, früh führen, es reicht nicht 1-0 oder auch nicht 2-0 gegen Bochum zu führen, das ist eine Mannschaft, die schon häufiger zurückkam. Also bestes Beispiel das gerade angesprochene 3-3 gegen den Wiesbaden. Ja, 0-3, ja. Und das war nicht das erste Spiel oder das einzige Spiel, das sie nochmal gedreht haben. Da müssen wir einfach, ja, wirklich, wirklich relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen. Ansonsten kann das wieder so ein unangenehmes Auswärtsspiel sein oder werden. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock mehr drauf. Nee, ich auch nicht. Einfach nur gewinnen. Punkt. 3-1 oder so. Das wäre einfach mal toll. Ja, oder auch 1-0 oder 2-1. Also egal wie, aber wir müssen das auswärts mal einfach gewinnen. So. Und jetzt kommen wir noch auf die drei Spieler zu sprechen, auf die man achten sollte am Montag dann in einer Woche. Und die drei Spieler, die ich mir ausgesucht habe, das sind ganz schöne Schlaminer, lieber Sebastian. Jetzt bin ich gespannt. Denn alle drei Spieler, das schicke ich schon mal voraus, mussten, ja, wie sagen wir, mit Restriktionen zurechtkommen im Trainingslager, weil der Trainer Thomas Reis Nachlässigkeiten beim Trainingseifer festgestellt hat. Oh, okay. Also warum war im Trainingslager in Andalusien und haben genau diese drei Spieler nicht so mitgezogen, wie sich das Thomas Reis vorgestellt hat und deswegen gab es dann eben, ja, disziplinarische Maßnahmen gegen diese drei Spieler und los geht es da mit Silvert Ganvoulin, ja, also der ja auch beim VfB wohl auf dem Zettel stand als Winterpausenverpflichtung, aber das hat dann nicht geklappt. 23 Jahre alt und jetzt kommt es, halte ich fest, 21 Pflichtspiele, 20 Torbeteiligungen. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, was der da so in die Waagschale werfen kann. In der zweiten Liga sind es 19 Spiele und insgesamt 16 Torbeteiligungen, was natürlich auch schon großartig ist, in dem DFB-Pokal waren es dann zwei Spiele, drei Torbeteiligungen, ne, insgesamt vier Torbeteiligungen sogar. Ja, also der Spieler ist halt einfach grandios und macht den Unterschied aus, ohne Grand-Voulin wäre es für Bochum, glaube ich, schon ein Schappen-Duster und ja, also die Qualitäten dieses Spielers zu beschreiben, ja, da brauchen wir vielleicht fast schon einen eigenen Podcast, der ist richtig gut, der kann zum einen wirklich als klassischer Wandspieler fungieren, das bringt natürlich die Größe und der Körper mit, aber was er noch geiler macht, da müssen wir mal wirklich drauf achten, ob er das dann gegen uns auch zeigt, hoffentlich nicht, ist das Verlängern von langen Bällen mit dem Kopf. Also da hat er sich wirklich schon mehrfach ausgezeichnet, dass er da sehr genaue Zuspiele liefert, sprich, es gibt einen langen Ball hinten aus der Abwehr raus, Garbola kriegt das Ding auf die Rübe und leitet den dann weiter zum Beispiel auf Zoller oder andere Spieler und die sind dann durch und zwirbeln das Ding irgendwie rein. Also das müssen wir irgendwie unterbinden, das heißt, wir sollten unseren besten Kopfballspieler, Luftzweikämpfer sozusagen gegen Garbola stellen und da haben wir eigentlich mit Karasor jemanden, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist. Endo hat in den letzten Spielen da ein bisschen abgebaut, hat ja gerade zu Beginn seiner Zeit beim VfB da für Furore gesorgt, möchte ich fast schon sagen, als er, ich glaube, 600 Kopfballduelle in einem Spiel gewonnen hat oder so. Aber gegen Garbola würde ich das schon für ein Mismatch halten. Da könnte ich mir vorstellen, dass Karasor da sein Meisterstück abliegt. Das ist vielleicht schon wieder zu hoch. Aber du weißt, er könnte sich da wirklich mal auszeichnen gegen einen richtig, richtig guten Spieler. Das ist aber nicht alles. Garbola kann nicht nur seinen Körper gut einsetzen, sondern er kann auch hervorragend kurze Pässe spielen. Offensiv, das habe ich gerade eben schon angedeutet, setzt er seinen Körper meistens auch sehr, sehr gut ein. Aber wenn es dann in die Defensive geht, hat er definitiv seine Defizite. Da wirkt er deutlich zurückhaltender, geht dem Tackling eher aus dem Weg. Also das heißt, auch hier, wenn es dann darum geht zu verteidigen, ist er eigentlich seiner Mannschaft keine allzu große Hilfe. Insgesamt kann man sagen, ist Garbola ein Spieler, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist, einen super Schuss hat, da müssen wir enorm aufpassen. Und defensiv, oder seine Schwächen, so möchte ich es mal sagen, ist zum einen, dass er sich sehr, sehr spät erst vom Ball trennt, immer mal wieder den richtigen Zeitpunkt verpasst für das Abspiel, ähnlich wie Silas. Aber ich würde sagen, dass es bei Garbola fast noch gravierender ist. Also da gab es schon häufiger Situationen, wo du dir einfach nur die Haare rauchst. Obwohl der zu viele Torbeteiligungen hat, hätte er noch mehr haben können. Ja, und dann steht er halt oft im Abseits. Ja, auch da erinnere ich an die Prognose gegen Leverkusen, habe ich ja auch gesagt, die stehen oft im Abseits, zack, vier Abseits-Tore gegen uns. So. Ja. Ihr könnt euch darauf verlassen. So kann es weitergehen. So, dann der nächste. Danilo Soares. Ja, Linksverteidiger, der mehr oder weniger so mitläuft bei Bochum, aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist. Sehr, sehr robuster Spieler, das zeigt auch schon sieben gelbe Karten in der laufenden Spielzeit, der aber auch gleichzeitig sehr gute technische Fähigkeiten hat, der gerne ins Dribbling geht, sehr gute, kurze Pässe spielt und enorm stark im Tackling ist. Also so eine richtige Kampfsau auf der linken Seite, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, mit dem technischen Touch, das macht es dann auch so gefährlich, wenn er mal ins Rollen kommt, möchte ich sagen. Also, hat jetzt nicht so viele Torbeteiligungen. Ich glaube, erst eine oder hat er ein Tor erzielt. Ja, also, äh, aber er ist immer wieder jemand, der Situationen anschiebt, möchte ich mal so sagen. Also, da sollten wir aufpassen, dass er halt einfach sein Dribbling, äh, also, dass er gar keinen Bock drauf hat. Am besten gleich dreimal weggrätschen oder so. Das wäre nicht so schlecht. Also, aber trotzdem, er wird sich davon nicht abbringen lassen, nur weil wir ihn weggrätschen, weil er ist einfach auch ein körperbetonter Spieler, sehr gutes Tackling, was auch hervorragend ist bei ihm, er fängt unheimlich viele Bälle ab. Ja, wir haben ja vorhin über Stenzel geredet, der das bei uns hervorragend macht. Überhaupt, das Abfangen von Bällen ist definitiv eine Stärke von Bochum, ja, denn die Bochumer liegen da auf Platz 2 und Platz 1 oder auf Platz 1 und Platz 2, so ist es richtig, in der gesamten Liga-Statistik, ja, also, Soares ist der Spieler, der die meisten Bälle abfängt in der zweiten Liga und sein Innenverteidiger-Kollege Saulo De Carli, wird er, glaube ich, ausgesprochen, liegt auf Platz 2. Also, die fangen viele Bälle ab. Außerdem läuft Soares hervorragend so diese Lücken zu, erkennt praktisch die Räume, schließt da eben immer mal wieder so Lücken, die gerade durch Fehler der zentralen Mittelfeldspieler aufgerissen werden. Ja, gute Blocks, einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Und, hier vielleicht noch besonders anstacheln für den ein oder anderen VfB-Spieler, sein Berater ist die Ex-Kickers-Legende Markus Marien. Tja, das sind Infos, frage ich mich, wo kriegt man die denn? Markus Marien ist der Berater und jetzt zeige ich euch noch was, der Vertrag läuft aus von Danielo Soares. Also, jetzt wisst ihr wirklich alles über den Spieler. wirklich. Immer auspfeifen, wenn der am Ball ist, für die Leute, die mit nach Forum fahren. So, und der dritte im Bunde, der Rasselbande, möchte ich fast schon sagen, die da vom Trainer abgestraft wurden im Trainingslager in Andalusien, ist Dani Blum, ja, den ich mir eigentlich als ersten schon ausgeguckt habe. Leider Gottes hat der jetzt in den letzten beiden Spielen, ja, auf der Bank Platz nehmen müssen. Aber ich möchte ihn ja trotzdem mit erwähnen, weil es für mich schon ein Unterschiedsspieler ist. 29 Jahre alt, insgesamt 18 Spiele absolviert für Bochum, 12 Torbeteiligungen, auch sehr beeindruckend, 6 Tore, 6 Vorlagen, spielt meistens links außen, kann theoretisch auch als Stürmer auflaufen oder im linken Mittelfeld, aber wie gesagt, am stärksten ist er eigentlich links außen und Blum, ja, spielt meistens die entscheidenden Pässe, jedenfalls, wenn er dann eben von Beginn an spielt, das war in 16 Spielen der Fall, in 2 eben nicht, das waren die letzten beiden, deswegen könnte es auch sein, dass er gegen den VfB nicht von Beginn an spielt. Tja, und ansonsten, hervorragender Schuss, deshalb immer gefährlich bei Freistößen, allgemein bei Standards sehr gefährlich und, ja, man muss bei ihm wirklich aufpassen, weil du weißt nicht, zieht er ja zum Beispiel ab oder zieht er nochmal nach innen, weil das macht er auch gerne, dass er über außen kommt, ja, und du denkst vielleicht, er flankt, aber dann zieht er nach innen und schießt dann aufs Tor, das macht ihn halt sehr, sehr gefährlich und sollte er von Beginn an spielen, ist Danny Blum auf jeden Fall ein Spieler. Auf den wir achten sollten, ja, guter Mann, auf jeden Fall, ja, bisschen vielleicht zu wenig aus seiner Karriere gemacht, wenn ich so richtig überlege. Ich weiß, dass der mal bei der U19 auf Schalke schon auch als so mitgrößtes Talent oder als großes Talent galt und dann ist er glaube ich nach Mannheim gegangen oder nach Saarbrücken oder so, eine ganz komische Option, der hat dann gewählt und so richtig ist er nie ins Rollen gekommen. In Nürnberg sah es mal ganz gut aus, aber da hat es dann auch nicht mehr so genau gepasst. Ich glaube, der hat zu wenig aus seiner Karriere gemacht, muss ich jetzt an der Stelle dann vielleicht auch noch sagen. Naja. Warte, ich sage es dir kurz, Junioren, Rot-Weiß, Frankenthal, Waldhof, Mannheim, Karlslautern, Schalke 04, Waldhof, Mannheim und dann bei den Profis vier Jahre bei Sandhausen, Frankfurt war auch mal. 83 Spiele, sieben Tore, dann zu Karlsruhe Laie 18 Spiele, ein Tor, dann zu Nürnberg 41 Spiele, sieben Tore, dann zu Eintracht Frankfurt 17 Spiele, zwei Tore, dann zu Ude Las Palmas 23 Spiele, ein Tor und dann zu Bochum 17 Spiele, sechs Tore. Ich erinnere mich, als Frankfurt den von Nürnberg geholt hat, war ich ein bisschen neidisch im Nachhinein. Gut, ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen dazu beitragen, dass ihr Bochum jetzt ein klein wenig besser kennt als davor und Sebastian, wir kommen zum Startelf-Tipp. Oh, das wird schwierig, oh, da bin ich, nein, 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 ein bisschen Bammel vor heute. Ich muss das mal auflösen. Ihr wisst ja, letzte Woche ging Sebastian in Führung mit einem Tipp besser, als ich den hier zur Verbuchung hatte, aber ich habe zurückgeschlagen, Sebastian, gegen Leverkusen neun von elf richtige Tipps und du nur acht von elf. So, da konnte ich also schon mal ausgleichen und tja, am Ende muss man sagen, hat sich daran auch nichts geändert, denn wir beide haben ja gegen Aue die exakt gleiche Aufstellung aufgeführt und dementsprechend, und das ist ein guter Wert, haben wir beide zehn von elf Tipps richtig gehabt, also nur aufgrund Massimus Verletzung haben wir keinen elf von elf hier abgeliefert. Das ist schon beachtlich. Ja, das gibt den silbernen Matarazzo am Band auf jeden Fall. Den silbernen Matarazzo. Oh, schön, wenn wir den hätten. Naja, gut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Sebastian, wie stellen wir auf? Also, ich würde mal sagen, wir machen das gemeinsam, weil ich habe nichts vorbereitet, also ich gehe da genauso blau-örgig jetzt an die Sache ran wie du, aber auf Kobel legen wir uns, glaube ich, beide fest. Ja, da können wir uns drauf einigen. So, und ich gehe da mal weiter und sage, dass man auch in der Innenverteidigung nicht allzu viel wechseln wird. Ja, die Dreierkette steht, oder? Ja, würde ich auch sagen, also, was heißt, die Dreierkette steht, wenn ich es mir so richtig überlege, wie steht die denn? Na, ist halt die Frage, spielen wir so wie gegen Aue oder spielen wir so wie gegen Leverkusen, weil ich würde jetzt sagen, wir können eigentlich genauso spielen wie gegen Aue zu Hause. Also hinten dann mit Philips, Carazor und Endo. Lass mich mal überlegen, kommt irgendjemand jetzt zurück? Massimo wird weiter ausfallen? Ne, dann würde ich, ja, gehe ich mit, ja. Also das sind meine drei für die Dreierkette ganz hinten. Das muss ich mir nur notieren, sonst ist es so wie letzte Woche, da habe ich nämlich versehentlich nur zehn Spinner werden gefragt. Das gab wütende Hörerzuschriften, ähm, dass wir, äh, unserem Startelf, dass unser Startelf-Tipp nur ein Startzehntipp war. Ja, aber ich habe dann für dich einfach den richtigen noch mit ausgesucht. Gern geschehen. So, also, dann, ähm, äh, mache ich mal weiter, jetzt muss ich mal überlegen, das muss natürlich auch taktisch passen, weil Materazzo ist nicht so wie Walter, der einfach immer die gleichen, oder mehr oder weniger die gleichen Spiele aufs Feld schickt, sondern Materazzo orientiert sich schon am Gegner. Und der wird auch festgestellt haben, ähm, was hat er eigentlich festgestellt? Das ist die gute Frage. Ja, jetzt bin ich gespannt. Na, Mangala wird auf jeden Fall spielen. So, da lege ich mich mal fest. Jetzt muss ich das hier so wirklich so on the flight, normal mache ich das immer, kurz bevor die Sendung, äh, hier losgeht, da setze ich mich kurz hin und male mir das kurz auf und dasselbe mache ich jetzt praktisch live in der Sendung. Mal gucken, wie das so ankommt. Dann würde ich natürlich auch mit Dabi spielen, der war viel zu gut, also der ist auch gesetzt, keine Frage. Auf den können wir nicht verzichten. Silas auf jeden Fall auch. Ja, der muss rechts außen spielen. Ja, der ist mit dabei. Gommes würde ich auch einsetzen, vorne im Sturm. Dann haben wir jetzt bei mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da fehlen noch drei Spieler. Gonzales fällt aus. Eigentlich gehe ich davon aus, dass das Castro wieder spielt. Förster. Nee. Also den stelle ich auf. Dann sag mal du, wenn du so hast. Ich überlege mal weiter. Also, ich bin ja ein großer Freund von Never Change A Winning Team und ich würde echt genauso aufstellen wie gegen Aue und dann muss ich nur Gonzales ersetzen. Okay. Und da Materazzo in der 40. Minute für Gonzales Philipp Förster brachte, würde ich sagen, ich spiele wie gegen Aue, nur statt Gonzales startet bei mir Förster. Also, damit wir das jetzt kurz noch vollständigen. Philips, Karasor, Endo sind bei dir in der Innenverteidigung. Dann haben wir Mangala und Stenzel so als defensives Mittelfeld. Dann Förster, Didavi und Silas. Moment, da fehlt ja noch mal einer. Achso, und Castro. Castro, genau. Genau, also Philips, Karasor, Endo, Innenverteidigung davor. Silas, Castro, Mangala, Stenzel als quasi defensives Mittelfeld und dann Didavi und Förster offensiv und als Sturmspitze Gomez. Ja, da fällt mir auf, dass ich eigentlich genau gleich aufstelle, nur, dass ich nicht Förster spielen lassen möchte. Und zwar aus Überzeugung. Jetzt hat die Frage, wen werfe ich da rein? Also, ich muss gerade überlegen. Also, Clemens ist raus. Der wird keine Chance bekommen. Ich überlege halt jetzt, ob der mit Al-Ghadoui vorne spielt. Doppelspitze. Ja. Oder statt Gomez. Nee, Gomez spielt. Ja. Oder er bringt Zosa noch mal. Der hat zuletzt überhaupt... Ich meine, du kannst da vorne einen Zosa bringen oder du kannst theoretisch auch Klimowitz noch mal bringen. Der Punkt ist, ich habe ja vorhin gesagt, die sind anfällig über Außen. Und eigentlich hast du über Links jetzt nicht den Spieler, der da groß mit Flanken was bewirken kann. Deswegen, ich haue Zosa rein. Komm, deck mir Marsch. Habe ich mir wieder selber die Lösung präsentiert. Ja, bitte Herr Matarazzo. Einfach abschreiben. Also, Kobel, Phillips, Karaso, Endo. Das sind die, die hinten den Laden sauber halten. Dann Mangala und, ja, Stenzel hüpft halt überall rum, wo es gerade Platz hat. Ja, der spielt da, wo er gebraucht wird. Genau. Dann haben wir die Davi, so als, ja, Zehn oder hängende Spitze. Und Silas und Zosa über die Außen, vorne Gommes, ist ein klares 4 zu 1, wenn ihr mich fragt. Gut. Gut. Dann haben wir den Stadthelf-Tipp auch geschafft und, ähm, sind jetzt schon auf der Ziel geraten, Sebastian. Yes. Ja, heute nicht so lang. Gott sei Dank. Voll gut. Ich habe hier noch zwei Themen, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt hier in aller Breite diskutieren müssen. Zum einen die Heimstärke, da haben wir ja vorhin schon was drüber gesagt, und eigentlich geht es ja darum, wir wissen, dass wir zu Hause die Spiele gewinnen soweit, alles bislang gewonnen, neun Heimsiege, nur zwei Niederlagen gegen Kiel und gegen Wien, Wiesbaden, da schmerzt es wirklich, aber gut. So ist es halt. Ich glaube, uns geht es beiden eher darum, ähm, dass wir endlich auswärts auch eine Serie starten können und ich lasse mir sehr gefallen, dass du nicht jedes Spiel auswärts gewinnst, aber momentan müssen wir es einfach. Wir müssen aufholen, ich glaube, vier Punkte Rückstand auf, äh, Bielefeld, habe ich das richtig abgespeichert, oder sind es nur drei? Sind nur drei, glaube ich, oder? Äh, es sind nur drei, ich habe gerade nachgeschaut. Nur drei und nur zehn Tore Rückstand, das ist ja eigentlich nichts. Also eigentlich dann doch vier. Genau, wir müssen also am 9. Am 9. März eigentlich nur 10-0 gegen Bielefeld gewinnen und dann sind wir. Tja, mal gucken. Also ich möchte jetzt, dass Karasor, weiß ich nicht, in drei, vier Monaten sagt, Mensch, wir waren nicht nur zu Hause langsam eine Festung gebaut, sondern dann auch auswärts irgendwie mehrere Festungen zerstört oder sowas in der Art. Genau, in Schutt und Asche gelegt, ja. Genau, also das können wir eigentlich übergehen, das Thema Heimstärke. Wir sind gut zu Hause und müssen auch jetzt besser werden. Genau, aber wir können auch kurz erwähnen, dass der VfB jetzt tatsächlich fünf Spiele in Folge jeweils drei Tore zu Hause geschossen hat, was ja echt dann auch in der zweiten Liga einen Pfund ist, weil da muss der Gegner halt, um zu gewinnen, vier Tore schießen, was die wenigsten schaffen werden in Stuttgart und das ist schon sehr, sehr respektabel. Ja, frag mal einen Bochum nach, denen geht es nämlich genau so, dass die zu Hause drei schießen und der Gegner dann vier reinballert. Gut, das Thema Verletzte haben wir ja auch schon so leicht diskutiert. Ich dachte zunächst, ja, das liegt irgendwie an der zweiten Liga und als ich dann die ganzen Verletzten aufgeschrieben habe und mir Gedanken gemacht habe, wie haben sich die Jungs eigentlich verletzt, dann ist mir aufgefallen, ja gut, es liegt jetzt eigentlich doch nicht so sehr an der zweiten Liga. Also du hast Nico Gonzalez jetzt mit dem Muskelfaserriss in den Adduktoren, der wird drei Wochen ausfallen. Im besten Fall ist er am 29.02. gegen Fürth wieder mit dabei, wenn es doof läuft, erst am Montag. Neuntertritt er gegen Bielefeld, das ist natürlich ein ziemlich bitterer Ausfall. Jetzt kann man sagen, ja, das war ein klares Foul und er hat sich deshalb verletzt, aber ich glaube, so eine Muskelverletzung, weiß nicht, ob das jetzt nur was mit dem Foul zu tun hat. Das kann sein, aber ja, das passiert. Kempf, können wir auch ein Update geben, dem werden morgen die Fäden gezogen. Der wurde operiert, letzte Woche erfolgreich und wird dann auch schon mit individuellen Einheiten, Krafttraining und Fahrradfahren beginnen, aber natürlich wird er uns länger fehlen, so ist es richtig. Ich glaube, erst gegen Hamburg wird er wieder zurück erwartet, also das dauert noch eine ganze Weile. Und dann haben wir ja mit Kaminski und Badstuber zwei, die sind auf der Zielgeraden, aber auch die beiden Spieler wurden ja nicht in einem Zweitligaspiel verletzt, beziehungsweise Kaminski schon, aber ohne Gegnereinwirkung. Also kann ich ja auch nicht die zweite Liga verantwortlich machen für. Massimo hat sich gegen Leverkusen verletzt, auch das war glaube ich was Muskuläres. Was war das nochmal im Oberschenkel? Haben wir schon wieder vergessen. Ist auch egal, der ist eh bald wieder zurück. Mack war, oder wurde in Göppingen, möchte ich mal sagen, geopfert. Also der wurde da wirklich verprügelt, muss man fast schon sagen und hat sich da schwer verletzt und Karlajcic eben in einem Testspiel. Also der Aufmacher, dass es in der zweiten Liga so hart zur Sache geht und unsere Spieler kaputt getreten wurden, das kann ich so nicht aufrechterhalten. Aber natürlich haben wir mega Pech. Also wenn du dir überlegst, González, Kempf, Kaminski, Badstuber, Massimo, Karlajcic und auch Mack, das sind ja schon richtig gute Spieler, die uns da ausfallen. Ja, das ist noch viel. Ja. Gut, dann habe ich noch ein Thema, das wir letzte Woche schon leicht angerissen haben und ja, da ging es noch hauptsächlich darum, dass sich eine Ultra-Kruppierung ja, im Fanblog mit sexistischen Plakaten ja, etwas ja, dämlich angestellt hat. Ich hoffe, das verunglimpft jetzt das Ganze nicht so sehr und wir haben dann auch davon gesprochen, dass sexuelle Übergriffe auf weibliche Fans, ja, vielleicht auch auf männliche, davon haben wir aber nichts gehört, deswegen kann ich jetzt dazu nicht viel sagen, aber es gibt definitiv genügend sexuelle Übergriffe auf weibliche Fans, nicht nur im Stadion, sondern auch bei der Anreise, im Zug und auch am Rande des Spiels, offensichtlich fast schon Normalität sind. Ja, ich möchte jetzt das Thema nicht nochmal endlos durchkauen, ja, weil natürlich dann auch manche sagen, Mensch, mich betrifft das nicht oder so, dann seid froh, ich konnte jetzt am vergangenen Samstag in Erfahrung bringen, dass das wirklich offensichtlich Alltag ist für viele Fans. Also das möchte ich hier nur nochmal ganz kurz anbringen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Das ist ein Thema, das mir auch von Seiten des VfBs zu wenig Beachtung findet, ja, und es gibt zwar Fanbeauftragte beim VfB, wie ich jetzt erfahren habe, gibt es auch eine Frauenbeauftragte beim VfB, das Problem ist halt, dass keine Sau davon weiß, ja, und das ist wirklich etwas, da muss der VfB dran arbeiten, ähm, es kann nicht sein, dass wenn ich eingebe im Internet VfB Frauenbeauftragte, dass ich da auf keine Ergebnisse komme, ja, beziehungsweise dann auf die Fanbeauftragtenseite verwiesen werde, da ist dann zwar auch die Frau Antje Bischoff-Tittes verlinkt, die mit Sicherheit auch super kompetent ist und ich habe sie auch mal kennengelernt beim dunkelroten Tisch, auch mega nett, aber sie ist halt nicht die Frauenbeauftragte, also es wäre schon schön, wenn die Anlaufstelle so gekennzeichnet ist oder wird, dass man als Betroffene sich sofort eben, ja, mit der Frauenbeauftragten, äh, Beauftragte in Verbindung setzen kann und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnte man betroffenen Frauen im Blog zum Beispiel helfen und vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man da, ähm, Bündnisse schließt, dass es irgendwie klare Anlaufstellen gibt für betroffene Fans, ähm, ist jetzt, ist jetzt einfach nur so ein Hirngespinsten, Sebastian, du musst mich vielleicht dann auch ein bisschen einnorden, würde der Herr Reschke jetzt sagen, der Herr Dietrich sagen, äh, aber ich habe mir so gedacht, warum gibt es nicht irgendwie, äh, weiß nicht, äh, im Blog mehrere Leute, die irgendwie so eine Binde haben, eine blaue Binde, keine Ahnung, was für ein Blaues, vielleicht ein bisschen doof beim VfB, das ist eine, eine Rosane sein, die müssen klar erkennbar sein, sagen wir es mal so. und da können sich Frauen direkt hinwenden, da geht es nicht darum, dass dann irgendwie ein Trupp von 15 Schlägern kommen und irgendjemanden aufs Maul hauen, sondern es geht einfach darum, wenn ich als Frau im Blog stehe und mir fest jemand an die Brust, dann habe ich einfach nicht die scheiß Zeit, noch 15 Wochen irgendwo im Netz zu suchen, wer jetzt gerade Frauenbeauftragte ist, ja, das ist eine unheimlich unangenehme Situation für die Frauen, hier muss es irgendwie die Möglichkeit geben, dass man schnell, wirklich sehr schnell an Hilfe kommt, ja, und dann wäre es halt gut, wenn es schon im Blog Ansprechpartner gibt, die dann zumindest kurz dir zur Seite stehen und das Ganze erstmal aufnehmen, vielleicht die Person noch sehen können, die dich bekrapscht hat und das Ganze dann eben weiterreichen kann. Aber so wie es jetzt momentan läuft von Seiten des VfB, haben diese Frauen, die betroffen sind und das sind nicht wenige, das sind viel zu viele, selbst wenn es nur zwei wären, sind zu viele, aber ich meine auch, dass es so viele sind, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, die haben halt kaum eine Möglichkeit, da mit jemandem drüber zu sprechen, ja, also das, das muss sich verbessern. Das ist das, was ich mitnehme aus den Gesprächen, die ich am Samstag geführt habe und ich hoffe, dass der VfB das Thema Frauenbeauftragte etwas prominenter positioniert auf der Webseite, vielleicht irgendwie auch ein Telefon, eine Nummer einrichtet, dass man wenigstens anrufen kann, da muss ja noch nicht mal jemand sitzen. Von mir aus Anrufbeantworter, irgendwie, dass die Frauen sich direkt an jemanden wenden können, dass diese Fälle auch irgendwo registriert werden, das ist auch wichtig, dass man mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Leute betrifft das eigentlich. Also, ich bin weiterhin schockiert, dass das offensichtlich für viele weibliche Fans zum Alltag dazugehört. Und auch da noch einen letzten Satz zu der ganzen Nummer. Ich habe auch mit einem Partner eines weiblichen Fans gesprochen, der mir genau das bestätigt hat, was die Frau mir erzählt hat. Nämlich, dass es bei Auswärtsspielen offensichtlich normal ist, dass ältere Männer junge Frauen anlabern, also wirklich auch mit eindeutigen Kommentaren betiteln und natürlich dann auch mal ihr Glück in Anführungsstrichen versuchen. Und das finde ich zum einen widerlich und zum anderen geht das nicht. Also, hier muss der VfB tätig werden und auch die Fanbeauftragten müssen da irgendwie besser erreichbar sein, als das bislang der Fall ist. ich hoffe, ich konnte es jetzt halt weg. Ich glaube, es gibt halt mehr Präsenz in der Kurve oder im ganzen Stadion zu zeigen. Also, sei es dann zum Thema Sexismus oder auch Rassismus, weil, was man jetzt so liest, ja, was bei Schalke 04 da vorgefallen ist und was vermutlich auch beim VfB dann jeden Spieltag passiert, das darf halt nicht sein. Und da ist dann, glaube ich, echt der Klub, der Verein, die AG, wer auch immer wirklich aufgerufen, mehr Präsenz vor Ort zu zeigen, weil, dass jemand, der irgendwie am Samstag dann um 13 Uhr irgendwie da beleidigt worden ist, belästigt worden ist, sich dann die Zeit, die Muße nimmt, nochmal in der Woche drauf, irgendwie Energie drauf zu verwenden, sich da irgendwie zu melden. Also, das darf man ja wirklich keinem zumuten, sondern man muss ihm die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit dann wirklich geben, wenn es passiert, sich bei irgendjemandem zu melden. Und ja, wie gesagt, dann der VfB aufgerufen, da die Situation zu verbessern, aber das gilt natürlich für alle anderen Klubs in der ersten und zweiten Liga genauso, weil sicherlich ist das Neckarstadion da keine Ausnahme, leider. So sieht es aus. Und unisono haben mir betroffene Frauen gesagt, es hätte was gebracht, wenn einfach nur mal jemand kurz gefragt hätte. Also genau das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, lieber einmal zu viel gefragt, als einmal zu wenig, ja, möchte ich hier nochmal bekräftigen. Also wenn euch irgendwas merkwürdig vorkommt, ja, wenn ihr das Gefühl habt, hier passt was nicht. Also, mir wurde zum Beispiel auch von der Szene berichtet, dass ein weiblicher Fan mit 19 oder mit 18 anderen Männern irgendwie zum Auswärtsspiel gefahren ist. Das kann natürlich super funktionieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Aber wenn ihr so eine Situation seht, fragt halt kurz mal nach. Also, da wird euch auch wahrscheinlich keiner böse sein. Aber jede Situation, die euch erstmal merkwürdig vorkommt, ist es wert, dass man kurz nachfragt. Weil, ja, das war das, was ich von den betroffenen Frauen gehört habe. Ja, es wäre halt gut gewesen, wenn mal jemand irgendwie was gesagt hätte. Es ist halt einfach, einfach nur ekelerregend. Ich werde da auch nicht locker lassen bei dem Thema, kann ich jetzt schon versprechen. Als Vater einer Tochter ist mir das nämlich sehr wichtig, dass Frauen, nicht nur im Stadion, aber natürlich vor allem dann, weil wir hier über den VfB reden, im Stadion, mit Respekt behandelt werden. Also, das Thema wird hier weiter auf dem Schirm bleiben. So, dann versuche ich jetzt ja einfach wieder auf die Jugendmannschaften überzuleiten. To the Überleitung zu U21 und zu U19 fällt schwer, aber du bekommst das irgendwie hin. Ja, indem ich einfach sage, zu U21 gibt es nichts Neues. Es gibt auch weiterhin keinen Trainer. Aber, Sebastian, diese Woche wird was passieren. Diese Woche wird der neue Trainer präsentiert. Da lege ich mich jetzt fest. Natürlich wird es dann nicht so sein, aber alles spricht dafür, dass diese Woche der neue Trainer präsentiert wird. Also, habt noch etwas Geduld und dann geht es auch schon ratzfatz. Also, der Trainer wird präsentiert und am Freitag, am Freitag findet er schon, warte mal, doch, am Freitag findet schon das Spiel statt gegen Nöttingen. 15er war es, glaube ich. Das ist auch nicht schlecht. Der Trainer wird wahrscheinlich direkt in Nöttingen präsentiert. Genau, der wird vor Ort in Empfang genommen. Das ist der Nöttinger Trainer. Bitte, riesen Überraschung. So, die U19, die hat gespielt und zwar ganz in der Nähe von Nöttingen, also, so weit ist es, glaube ich, nicht entfernt von Nöttingen, und zwar in Heidenheim und verlor da leider Gottes mit 2 zu, oder 1 zu 2, so ist es richtig ausgedrückt. Und, ja, Heidenheim konnte ja schon die U19 aus dem WFV-Pokal schießen und jetzt eben dann auch diese herbe Niederlage, die du ja eigentlich nicht leisten solltest um den Kampf um, ja eben Platz 1 in der A-Jugend-Staffel, was ist das hier, Süd, Südwest oder so, ja ich glaube Süd-Südwest oder sowas in der Art, ich habe es mir nicht notiert, deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Der VfB ist zwar immer noch auf Platz 1 mit 36 Punkten, das Problem ist aber, dass Bayern München mit 35 Punkten dahinter und natürlich auch Mainz mit 34 Punkten und beide Mannschaften haben ein Spiel weniger als der VfB, sprich wenn sie diese Spiele gewinnen, dann ziehen sie am VfB vorbei und dann wäre der VfB nur noch auf Platz 3. Ein kleines Polster hat man sich schon vor Platz 4 erarbeitet, da stehen die Hoffenheimer, mit 33 Punkten und der VfB wird nächste Woche am 15.02. um 14 Uhr zu Hause gegen Eintracht Frankfurt antreten, die sind sechst platziert aktuell, ihr wisst ja, der VfB spielt erst am Montag, deswegen hier die klare Empfehlung und Aufforderung, fahrt am 15.02. nicht nach Nöttingen, weil ihr wisst noch nicht mal, wer der Trainer ist, geschreibe hin, wer dann eigentlich spielt, also von daher, nehmt doch einfach die Chance wahr und fahrt in die Matthäte Straße und schaut euch VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt U19 an, vielleicht sogar mit Lee Egloff, einen der zukünftigen Stars war es ja beim VfB Stuttgart, das ist eure Möglichkeit, den Jungen nochmal hautnah zu erleben, hoffentlich spielt er auch, wenn nicht, dann hab ich jetzt halt Mist erzählt. Anpfiff, 14 Uhr, glaube ich. So sieht's aus. Und interessant wird dann auch das zweite, oder ein weiteres Spiel am 15.02. sein, und zwar spielt der FC Bayern München gegen Hoffenheim, also ich hab's ja gerade eben erklärt. Okay, die sind nicht ganz punktgleich, aber fast, ja, okay. Zweite gegen den Vierten und für Hoffenheim ist es natürlich die Möglichkeit, nochmal ranzurutschen, oben im Meisterrennen. Also sollten die gewinnen, sind sie dick dabei, sollten sie verlieren, verabschieden die sich und es bleibt wahrscheinlich beim Dreikampf zwischen Bayern, Mainz und dem VfB Stuttgart. Also sehr wichtiger Spieltag, der nächste dann in der U19-Staffel, eben hier Süd- oder Südwest, wie auch immer sich der DFB hier entschieden hat. Und gut, dann soll es das, glaube ich, soweit gewesen sein, das Thema Hitzesberger und Interview in der Süddeutschen Zeitung. Sebastian, können wir eigentlich... Ja, das können wir mal besprechen, wenn wir beide das gelesen haben. Genau, bislang wissen wir zu wenig darüber und würden uns wahrscheinlich jetzt mit Äußerungen übergesagten in die Nesse setzen. Aber, lieber Sebastian, ich hab noch zwei wichtige Informationen. Zum einen weiß ich jetzt, auf welchem Platz Bochum stehen wird, wenn wir dann nächste Woche Montag gegen sie spielen und zwar auf Platz 14. Denn St. Pauli, das hat verloren. Okay. St. Pauli hat 2 zu 1 verloren gegen Kiel, die damit übrigens auf Platz 6 klettern. Ja, ja, ja. Ja, ja, da sollte man noch nicht also ganz, die sollte man noch nicht ganz aus den Augen verlieren. Wahnsinn. Auch wenn es schon acht Punkte dann Rückstand sind auf den VfB Stuttgart, aber, ja. Ja, für St. Pauli wird es echt nochmal ein bisschen kribbelig da unten, oder? Da spielen sie eigentlich echt gut, aber ähnlich wie Bochum scheint man nicht genügend Punkte zu sammeln. Also von daher, ja, wird es eigentlich ein Punkt vorm Relegationsplatz und zwei Punkte vorm direkten Abstiegsplatz. Also das bleibt spannend für Juslo Hukai. Ja, 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 da bin ich mal gespannt, wie das für den ausgeht. Gut, dann zum Schluss, wie immer, der Hinweis, Dennis braucht unsere Unterstützung weiterhin, ja. Und zwar, ja, gibt es da natürlich wie immer auf vfbstr.de mehrere Artikel zu, oder über Dennis. Es geht da um das chronische Erschöpfungssyndrom, unter dem er leidet und seine Freundin, die Nele, hat eine GoFoundMe-Kampagne ins Leben gerufen, die dann eben, ja, irgendwann mal abgeschlossen werden sein sollte. Ja, 110.000 Euro sammeln die, um nach Barcelona fahren zu können, sich da dann behandeln zu lassen, Operationen und so weiter und so fort. Und im besten Fall geht es dem Dennis danach etwas besser. Ja, also ich weiß nicht, was die Erwartungen sind, aber auf jeden Fall eine Besserung. Und die sollte sich dann vielleicht einstellen. Im Endeffekt schenkt man ein Stück weit Hoffnung, ja, weil Dennis' aktuelle Situation ist halt sehr belastend, um es mal vornehmend auszudrücken, weil er nur im Bett liegt und sich nicht bewegen kann und, ja, im besten Fall uns zuhören kann. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal Grüße, Dennis, haltet durch. Und, ja, wenn ihr jetzt merkt, Mensch, einen Euro habe ich übrig, vielleicht sogar fünf oder fünfzig oder fünfhundert oder, ja, von mir aus zwanzigtausend. Das wäre natürlich am besten. Dann spendet das Ganze. Ja, aber so viel sind es gar nicht mehr. Ich habe gerade geschaut, ich glaube, sechzehntausend fehlen noch, ne? Aber wenn man sich mal anguckt, dass bislang irgendwie tausend siebenhundert Leute gespendet haben, dann müsste eigentlich jeder nur nochmal zehn Euro geben und dann wäre das Ding halt durch, ne? Und, ja, ich bin nach wie vor der optimistischen Meinung, dass wir das bis zum Saisonende hinbekommt, dass Dennis sein Spendenziel erreicht. Ich habe einen schönen Vorschlag letzte Woche gehört und zwar war ja Nico González derjenige, der bei der Mannschaft zu sprechen kam. Ja, wir hatten einen Anruf auf der Mailbox, ne? Ach, genau, das war auf der Mailbox, richtig. Ja, jetzt, das war es, richtig. Da hat uns jemand zum Vorschlag auf die Mailbox gesprochen, dass der Nico González doch von der Mannschaft, also die ja dann nochmal gesondert sanktionieren dürfen, laut Matarazzo, einfach dafür sorgen sollen, dass Nico González, also die ganzen 20 wird er wahrscheinlich nicht zahlen, aber das hat vielleicht einen hohen vierstelligen Betrag in Richtung Dennis überweisen sollte. Das hätte ich auch toll gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ja, aber auch ohne, ohne, ohne Spielersupport, also die letzten 15.000, 16.000, also ich glaube, die, die, die kriegen wir als VfB-Community doch irgendwie hin, also wir haben, es muss ja nicht morgen sein und nicht nächste Woche, aber so bis, äh, ja, Saisonende gesehen, glaube ich, ähm, ist das echt machbar. Wir drücken die Daumen. Ja. Ja. Sebastian, ich bedanke mich bei dir, du hast dich trotz, äh, Erkältung hier durchgequält, ich hoffe, es war nicht allzu Nein, du, oder? Es war ehrlicherweise immer besser, so mit, ähm, zunehmender Zeit, ich, wahrscheinlich werde ich es morgen früh bereuen, aber nee, war absolut okay. Du, dann machen wir noch ein bisschen, ich habe die komplette Analyse für Leverkusen noch hier, die habe ich einfach nur abgekürzt, nein, Spaß beiseite. Wenn ich. Genau, jetzt kannst du deine, 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 ähm, deine Hidden Scenes quasi noch rausholen. Ja. Nee, also, ich bin für heute völlig, völlig zufrieden. Wenn ihr dem Sebastian noch gute Besserungen wünschen wollt, könnt ihr das auf Twitter tun unter AddButze, mit zwei Z ist er dort erreichbar und ich kann euch weiterhin versprechen, wie ich es die letzten Wochen auch schon getan habe, also fast, nee, nicht fast, eigentlich ist jeden Tag, ähm, jeder, an jedem Tag ist irgendwie ein Treffer dabei bei deinen Tweets, also heute war auch wieder sehr. Ich Twitter halt einfach gerne. Ja, ist einfach, ist einfach dein Ding. Also heute. Ja, ist dein Ding, ja. Mit dem, ähm, A6-Tweet, da muss ich auch wieder lachen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, damit die Leute auf dein Profit klicken. Oh Gott. Ja, natürlich muss man natürlich hier einen Anreiz bieten. Gut. So ein Quatsch, aber egal. Wir sind jetzt auch schon durch und von daher, äh, entlassen wir euch und uns selber jetzt wieder zurück, ähm, ins wahre Leben und hören uns dann, puh, müssen wir mal gucken. Nächste Woche, Montag geht's ja nicht. Ach, scheiße, ja, da ist ja der Spieltag, ne? Ähm, ja, also, ich glaube, ich hab Dienstag nix vor. Ich weiß nicht, wie's bei dir ist, aber, ähm. Am liebsten würde ich Mittwoch senden, aber da hab ich Friseurtermin, den kann ich unmöglich absagen. Dienstag hab ich aber das Spiel noch nicht analysiert. Ah, jetzt ist es natürlich ein Zwiespalt, in dem ich, ah, gut. Ja, aber kannst du nicht deinen Friseurtermin auf Dienstag legen? Unmöglich. Ich guck mal, da muss ich ein Spiel gucken für Mittwoch. Ich guck mal, wie ich's mach. Irgendwie kriegt man schon hin. Wir, ähm, werden euch rechtzeitig informieren. So. Genau, also, definitiv nicht nächste Woche Montag, ähm, aber dann alles andere ist, ähm, noch in der Schwebe. Irgendwann gibt's eine neue Folge, das können wir euch jetzt schon versprechen. Und bis dahin, ähm, wünschen wir euch noch eine angeschöme, an, ach, bis dann. Tschüss. Hahaha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020